Musik Es ist der 6. Mai 2021, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern es sind weitere SendegärtnerInnen dabei, nämlich zum Beispiel die liebe Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und auch der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Die Claudia hat sich für heute abgemeldet, die ist wieder in diesem anderen Kanal unterwegs und der Lars, der kommt ein bisschen später, dann ist die Truppe hier unterm Christbaum, hätte ich bald gesagt, jetzt bin ich aber noch zeitlich ein bisschen aus dem Tritt, wir gehen auf Pfingsten zu. Naja, ihr wisst, was ich meine, unterm Baum zusammen und wir haben uns auch wieder einen lieben Gast eingeladen oder beziehungsweise er hat sich selber eingeladen, das müssen wir gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln. Das ist der Thomas, der sich Advitvit nennt. Guten Abend, Thomas. Servus. Servus. So einsilbig kennt man dich ja gar nicht, das ist ja getiegen. Das ist etwas, was du hier in Bayern lernst. Was? Langsam begrüßen. Ja, da bin ich schon sehr atypisch, also hier in Franken. Also hier in Franken hat ja die kürzeste Bierbestellung der Welt. Kennst du die? Wie heißt die? Kennt ihr die? Nein. Kannst du hier in Bamberg machen, gehst ins Marbray, setz dich hin an einen Biergarten, also auf den Keller, weil man geht ja hier nicht in den Biergarten, Biergarten gehst in Bayern, bei uns setzt man sich auf den Keller, weil da ist das Bier drunter und dann sagst du AU und dann sagt die Bedienung AU und dann kriegst du ein Krug ungespundetes. Aha. Ich dachte schon eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den nächsten Tag, weil es ein bisschen lenger wird. Aber die Folgebestellung ist noch besser, wenn du den Krug leer hast, legst du den einfach auf die Seite und dann kommt dieselbe Bedienung an und wechselt den wortlos gegen einen vollen Krug aus. Ist das nicht in Köln auch ähnlich? Ja, der Unterschied ist nur, wir machen das mit Halblittergebinden. Ja, ja, das ist natürlich ein, ja, klar. Und um die Bamberger Bierkultur kurz zu vertreten und natürlich im Gegensatz zu Köln machen wir das hier mit Bier. So. Was ist denn ungespundet? Ich bin kulturell verpflichtet. Was ist denn ungespundet? Was ist denn gespundet versus ungespundet? Wo ist der Unterschied? Ein ungespundetes Bier ist ein Bier, das ist, und ich zitiere nur, ne, also ich wohne in einer Stadt mit zehn Brauereien im Stadtgebiet und ich mag kein Bier, aber ich bin, wie jeder, ich bin gut darin, dann das zu erklären, ja, weil ich muss das ja erklären können, falls mich jemand fragt. Ein ungespundetes ist ein Bier, bei dem während der Reifung im Fass oben der Spund, der Pfropfen, der da oben drin ist, rausgelassen wird. Weswegen ist, es ist ein Lagerbier mit weniger Kohlensäure, weil sich die Kohlensäure entweicht durch diesen, ja, es ist also etwas bekömmlicher, das ist ein dunkles Lagerbier, wenn du es hier vor Ort trinken willst, wie gesagt, beim Mar gibt es das ungespundete, die Stadt ist noch berühmt dafür, dass wir dieses berühmte Rauchbier haben, das gibt es dann beim Fessler, äh, nicht dem ist mal der Malz angebrannt und dann haben sie es trotzdem gebraut und seitdem gibt es halt Rauchbier. Ja, manches passiert durch Zufall, ja, klar. Was ist bei Pellicillin auch so? Nein, nicht, dass Bier dabei rausgekommen ist, sonst hieß es ja Pellicillin. Nee, und zum Beispiel gegenüber vom Mar, ja, also wenn du, wenn, das ist die Strecke, die ich frühestens mit dem Fahrrad zur Schule fahre oder mit dem Auto zur Schule fahre, ja, das sind zwei Brauereien direkt über die Straße gegenüber und die einen haben halt ein sehr berühmtes Pilz und die anderen haben ein, haben halt dieses, dieses ungespundete und dann hat jeder noch mindestens zwei, drei andere Biere und, ja, wir haben, wie gesagt, zehn Brauereien im Stadtgebiet über, über den Daumen. Aha, schön. Also wir kriegen, wir kriegen auch tatsächlich dann immer mal so Craftbier und Jungbrauer und so weiter dazu. Wir haben auch den, glaube ich, einen der, der, der weltweit größten Schankanlagen, ähm, Hersteller in, äh, in der Stadt, also die halt wirklich diese, diese Bierproduktionsanlagen projektieren und so weiter und herstellen, ne, und, und eine eigene Melzerei, also du hast dann hin und wieder weht über bestimmte Stadtteile, so dieser, dieser Malzgeruch und so. Ja, der kann auch anstrengend sein. Ich habe, äh, das mal in Hamm erlebt, da gab es auch eine große Brauerei und ich war da mal eine Zeit lang, während meiner Bundeswehrkarriere, ähm, und dann roch das immer so, so heftig da oben nach der Maische oder was immer das war. Ja. Ja, aber, ähm, wenn ich, ich bin gerade so ein bisschen rührselig, weil Dortmund war ja auch mal, also hier, ich bin ja Ostrand vom Ruhrgebiet, ähm, Dortmund war ja auch mal einer der größten Bierbrauer-Standorte mit ganz vielen verschiedenen Sorten, das ist dann alles zu, zu einem großen fusioniert und, äh, inzwischen ist alles weg, also das, das kann auch ganz schnell verschwinden, also das, behaltet euch das mal lange da, wenn's geht. Also, ähm, das hängt hier halt auch direkt an einzelnen, einzelnen Familien und so, also es sind wirklich viele, viele kleine Brauereien. Du kannst in der Innenstadt, kenne ich, äh, gibt's so, gibt's so Gässchen, das führt an der Fessler Brauerei vorbei, wenn du da so vorbeiläufst, kannst du im Endeffekt die Abfüllanlage sehen. Also, die, das ist mitten in der Stadt, ja, und so, ähm, hier meine, mein, mein Lokal, meine lokale Wirtschaft, die in der, wo ich jetzt dann mal so hingehe, weil das in Laufnähe ist, die haben halt nebenan gleich das Brauereigebäude und so, da kannst du dir auch eine Führung geben lassen und so, also das ist jetzt wirklich, da hat jetzt, ähm, der, der, der Junge, äh, äh, also der Junior sozusagen, der hat jetzt erst die, 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 die Brauerei übernommen, ja, und das hast du dann nur daran gemerkt, dass auf einmal große Zettel da hingen, hin und wieder so, alle paar Monate, ja, wir, wir brauen jetzt mal, wir haben jetzt hier einmal uns quer durch die Hopfenlandschaft gebraut und, äh, das können wir jetzt auch mal haben und so, ne, und die, die experimentieren dann auch und sowas, aber, ähm, es gibt halt Standards und die Leute vor Ort möchten halt auch wirklich, ähm, der, äh, möchten wirklich auch irgendwie ihr Bier haben, also, ja, das ist jetzt lustig zu finden, wenn du hier in den Supermarkt gehst, ne, die hatten irgendwann mal so, so, so Schilder dran aus der Region im, im Getränkemarkt. Ja, ja. Ja, da waren so, da waren so zwei Fluchten voll mit so gelben Schildern und dann stand da so eine arme Kiste Bags, ja, die ist übrigens nur da, damit Norddeutsche dann auch was finden, ja. Auch aus ihrer Region, genau. Also, also, so ein bisschen, also, damit die Leute, die unsicher sind, was denn jetzt ein, äh, weiß ich nicht, ein Braunbier oder ein Vollbier, ja, ist und ist denn jetzt Huppendorfer gut und so weiter, ja, äh, Huppendorfer ist gut, also, alles ist gut, ja, aber es gibt halt so, 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 so Wünsche und sowas. Ja, das erinnert mich an einen, einen Besuch oder einen Urlaub in Holland, da hat uns da der Gastgeber, äh, äh, weil ich hatte irgendwie hier im Supermarkt gekauft und dann sah der das da wohl stehen und dann hat er gesagt, das wäre ja nix. Dann hat er mir eine Flasche belgisches, ich habe keine Ahnung, was das war, mitgebracht und ich glaube, nach einer halben Flasche war ich komplett betrunken. Also, das hat mich sowas von aus den Schulen gehoben. Da muss man auch tatsächlich ein kleines bisschen vorsichtig sein, es ist ja immer noch Alkohol. Also, ähm, man kann das, man muss das in Maaßen genießen und ich weiß, in Bayern wird das anders interpretiert, das Wort Maaß, das ist schon richtig. Nee, bei uns gibt es eigentlich nur Maaßen zum Bockbieranstich, ja, da kriegst du mal ein Maaß, ansonsten gibt es eigentlich immer eine halbe. Ähm, und wenn hier großes Volksfest ist, äh, gibt es den Bambergator, das ist ein Doppelbock, der hat irgendwie acht Umdrehungen oder so, schmeckt aber wie ein normales Bier. Oh, gefährlich. Dementsprechend sind die Folgen. Ja. Ja, also tatsächlich irgendwie, es gibt so diesen Witz, dass die, dass die Busfahrer, ja, das statt an den Tagen, wo hier Großbockbieranstiche und Volksfeste sind, ja, dass es da so eine interne Ordnung gibt, ja, wer mutig genug ist, da Bus zu fahren. Und das nicht wegen der Leute, die im Bus sind, sondern weil du halt, ähm. Ach so, wegen anderen Verkehrsteilnehmer oder was? Ja, nee, ja, weil du halt, weil du halt das Problem hast, dass die Leute vom Bus steigen können, besoffen. Ähm, ja, also das ist, das ist, wir haben schon, wir haben dann schon so im Krankenhaus da, da größere Mengen von, 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 von Alkoholleichen auflaufen und so. Ja, aber das, also die Großbesäufnisse in der Region sind aber jetzt nicht bei uns in der Stadt unbedingt, sondern es gibt in, in Vorheim gibt's das Annafest, ja. Ja, und das Annafest ist halt da so auf der Wiese und die, die machen eine Woche durch und das ist halt wirklich so, so ein, so ein Jugendding, die, 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 die Schülerschaft hat zu mir gemeint, naja, wenn sich auf dem Annafest nicht jeden Tag irgendwie Leute prügeln, dann ist es nicht richtig, ne. Ähm, und dann gibt's die Bergkirchweih, ja, in, in Erlangen, wo, wo es wohl legendär ist, die sind irgendwie zugelassen für tausend Leute, aber man zählt erst gar nicht, weil, das würde sie nur beunruhigen. Oh Gott, wie kann man da freiwillig hingehen? Also man, man denkt, man darf, ist dir das dann egal? Ah, Leute, 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 ja, die 20-Jährigen, die Unzerstörbaren, die trauen sich was. Ja, naja, das ist, äh. Mir wird es lange gut gehen. Ich bin da, also aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus. Ich war noch nie drin. Ja, ja. Das ist auch nicht schädlich. Immerhin habt ihr es ja bis hierhin überlebt. Und es ist gar nicht schlecht. Tja. Ja gut, jetzt haben wir einen schönen Einstieg gehabt. Hier zur Begrüßung eine kleine Bierkunde, eine Birologie. Ich wollte aber noch ganz gerne, wo wir gerade schon im Süden sind, weil ich mich vorhin sehr, sehr amüsiert habe. Ich bekomme demnächst eine Zuschrift aus der Stadt Grünkraut. Das passt einfach so gut in den Garten. Ich grüße Postleitzahl 88287 Grünkraut. Also großartig. Das hat mir vorhin einen unverhofften Lacher gebracht, zu wissen, dass es diese Stadt gibt. Und das bringt mich dazu, falls das hier jemand hört und einen originellen Stadtnamen hat mit Gartenbezug, einfach doch gerne mal in den Twitter-Tweet reinschreiben. Mal gucken, wie viel wir da zusammenkriegen. Das wäre doch mal lustig. Städte, die irgendwie in den Garten passen. Städte mit Gartenmotiv oder sowas. Das fände ich total süß. Hashtag Stadtgarten. Bamberg ist ja auch noch eine Gärtner- und Hackerstadt. Das ist total geil. Also Hacker mit Ä. Aber in der Gegend, wo Gärtner- und Hackerstadt ist, ist unser Hackerspace. Es ist so super. Aber tatsächlich, ich habe hier mein Hochbeet. Kann ich hier lokal alles kaufen, weil wir haben, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Gärtnereien, wo du dann einfach im Frühjahr hingehst und dir das Zeug einfach nehmen kannst. Weil direkt hinter meiner Schule sind dann auch einfach so Gartenbereiche und da stehen überall Gewächshäuser und so. und du hast da drei oder vier Familien, die bis heute ihren Gartenbau machen. Aber schon gegen Gebühr dann? Also die machen das nicht so gut? Ja, gegen Geld. Also die machen halt so richtig Gärtnerei und du kannst da dann allen möglichen Kram kaufen. Meine blaue Tomate habe ich von einer jungen Gärtnerei. Das sieht dann, also das Ding sieht im Endeffekt aus, als wäre es in Berlin irgendwie. Dann hast du dann so ein Haus voller Graffiti und die machen halt auch so total abgefahrene Gin-Sachen und so Bierbrauen und so. Dann hast du halt so fünf, sechs junge Typen, die dir halt sagen, ja, hier komm, dann nimm deine Pflanz und los geht's. Also, ja. Ja, so schön mit der Natur verbunden sein. Bei uns müssen sie da erstmal große Märkte für bauen, die jetzt leider alle zu sind. Wie blöd ist das denn? Ja, aber das Thema wollen wir ja nicht anschneiden. Das versuchen wir, wie beim letzten Mal auch schon geschickt zu umgehen. Mal gucken, ob das gelingt. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Wir kommen aber erstmal zur neuen Ernte, denn es hat ein paar Reaktionen zur letzten oder zur vorletzten oder überhaupt zu unseren letzten Sendungen gegeben. Kommen wir mal kurz zur neuen Ernte. So, dann geht's erstmal darum, Menschen zu danken. Wir danken dem Stefan für eine Auphonik-Spende, die er uns geschickt hat. Und die Message, die dabei gestanden hat, war, für den besten Garten der Welt, weil ich keinen grünen Daumen brauche. Weil ich keinen grünen Daumen brauche. Stefan. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ging in unser Aufronik-Köfferchen. Das passte da gut rein. Und dann habe ich gestern einen Brief aus dem Briefkasten genommen. Da war etwas drin, was mich etwas aus den Socken gehoben hat. Also lieber Spender oder lieber Absender, du wirst wissen, wer gemeint hat. Es war in dem Brief ein sehr großer Sack sogenannter Langzeitdünger, mit dem wir unseren Server düngen sollen. Und ein lieber Brief. Und ich bin jetzt ein bisschen undankbar vielleicht. Also ich habe mich bei dem Brief mehr gefreut als über den Dünger. Weil bei dem Dünger bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Wir haben schon intern diskutiert und sind noch nicht so richtig schlau geworden. Ich verstehe sehr, dass dieser Impuls da ist zu sagen, ach die machen da was Feines, wir schmeißen denen da mal so ein bisschen Dünger zu. Ich habe da mit so einem Böschen Probleme. Das ist ja hier alles privat und wir müssten das sonst irgendwie gewerblich anmelden und so weiter. Das ist alles nicht so gut. Das würde uns nur große Probleme machen. Ein Vorschlag zur Güte, weil der Vorschlag kam von Vera. Man kann Baumpatenschaften erwerben. Also wenn jemand meint, er müsste dem Sendegarten irgendwie finanziell was zuwenden. Wie wäre es denn damit zum Beispiel eine Baumpatenschaft, im Namen des Sendegartens einzugehen und uns dann die Urkunde zukommen zu lassen? Da kann dann die Vera ein Kükenbild draus machen oder so. Das wäre doch schön. Was hältst du davon? Es gibt schon ein Bild zu jedem Thema, wo Bäume gepflanzt werden. Ich suche es gerade raus. Ja super, genau. Ein Bild zu jedem Thema ist ja eh schon da. Aber die Spende von Mr. Unbekannt. Es gibt eine Unterschrift, die ich nicht lesen kann. Also es könnte sowas wie Clemens sein, aber am Ende hinten fehlt das S. Da geht es dann irgendwie in einen G über und dann wäre es Clemenc oder so. Ich weiß es nicht. Also du wirst wissen, dass du uns diesen Brief geschickt hast. Und du hast vor allen Dingen geschrieben, dass die SRG 120 dich so inspiriert hat. Und da kann ich ja nur sagen, das ist das Vera-Wunder. Kaum ist Vera da, kommt die Inspiration in den Sendegarten. Ganz toll, ganz wunderbar. Also vielen, vielen lieben Dank. Aber bitte an alle anderen jetzt nicht zum Beispiel nehmen und nacheifern. Das macht uns ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wie wir damit umgehen sollen. Lieber so ein, was auch immer, im Namen des Sendegartens gute Sachen tun. Oder uns einfach nur ins Nachtgebet einschließen, falls ihr sowas tut, das reicht auch. Und ab und zu mal eine nette Postkarte oder einen Brief. Also das hilft. Und nicht nur mir, sondern, ach ja gut, ich verteile das dann an die anderen. Ist ja klar, ich stehe ja im Impressum. Also, Dankeschön für den Server-Dünger auf jeden Fall trotzdem. Also, Danke sagen und gleichzeitig sagen, ich will das nicht haben, ist einfach total schwierig, finde ich. Ich hoffe, ihr versteht das. Ist das drüber gekommen? Sebastian, hast du es verstanden? Ja, ich denke schon, dass das drüber gekommen ist. Schmerzt das. Das ist ja auch so, was ich schon länger für mich mal mit mir ausgediskutiert habe, wie ich das handhaben möchte. Und deswegen gibt es keine Möglichkeit, mir zu spenden, außer auch von den Credits. Ja, ja, einen Briefkasten hast du auch, oder? Einen Briefkasten habe ich auch, aber der wird interessanterweise wenig benutzt, zum Glück. Und ich habe auch so eine Wunschliste, aber da stehen nur eigenartig überteuerte Sachen drauf. Gut ein Hinweis, dass man den Menschen, mit denen ich Dinge mache, die halt auch a, die entsprechende steuerliche Ausstattung haben und b, das auch wirklich brauchen. Ja, ja, ja. Dass die dann Zuwendung bekommen. Genau, genau. Also wir sind ja der glücklichen, also ich zumindest bin in der glücklichen Lage, das als Hobby machen zu können. So wie andere fürs Fitnesscenter 70 Euro im Monat ausgeben, mache ich das halt hier. Und das ist dann eben meine Art von geistiger Fitness sozusagen. Ich möchte nochmal sagen, dieser Brief, der war sehr, sehr, sehr nett gemacht. Da war eine Samentüte, die war bedruckt, also das war Hand zusammengefügt und geklebt und gemacht. Also da hat sich jemand, wer immer du bist, so viel Mühe gegeben. Das ist mir echt ans Herz gegangen. Also ich war für den Moment echt etwas aus den Socken gehoben. So ähnlich wie beim Starkbier da damals. Also es ist nicht ohne Wirkung geblieben, ganz sicher nicht. Das war wirklich schön. Ich habe das auch gleich an die anderen verteilt und wir haben dann gemeinsam A und O und Wow. Das wurde also ordentlich gewürdigt. Das war schon schön. Okay, gehen wir mal von diesen Zusendungen weg. Dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von, das war glaube ich der Tobias, genau, der Herr Migge. Der hat das nochmal bestätigt mit dem Asterix bei den Schweizern. Was ich da letztens so aus dem hintersten Erinnerungswinkel meines Kopfes gekramt hatte, als wir über Henri Dunant sprachen, den ich mal für einen Franzosen gehalten hatte. Nein, Henri Dunant. Ich war für einen Franzosen gehalten hatte, aber unser Gast der letzten Ausgabe hat ja dann gesagt, das war ein Schweizer. Und dann fiel mir das mit diesem Asterix bei den Schweizern ein. Und Lars hatte ja noch während der Sendung eine PDF-File, wo diese Ausgabe drin war, gefunden. Die haben wir auch verlinkt, da kann jeder mal drauf gucken. Ich glaube auf Seite 41 ist genau diese eine Szene. Aber Tobias hat es auch auf der Wikipedia gefunden. Ist ja auch ein Ding. Klar, es steht alles immer in der Wikipedia. Und er zitiert hier, bei der späteren Keilerei wendet ein Schweizer Erste Hilfe an und beruft sich dabei indirekt auf Henri Dunant, den Begründer des Roten Kreuzes. Das steht da tatsächlich drin. Und ich bin nach wie vor verblüfft darüber, dass ich unnützes Wissen in meinem Kopf, nein, ich bin nicht verblüfft darüber, dass ich unnützes Wissen in meinem Kopf habe. Was einfach so sein Weg sich bahnt. Naja. Dankeschön an den Tobias an der Stelle. Und dann haben wir noch einen Audiokommentar bekommen. Das machen wir ja immer besonders gerne. Der bezieht sich aber noch auf die Ausgabe davor. Und zwar auf den erwähnten Trash Talk. Da hatten wir ja so ein bisschen rumgerätselt. Und Sebastian, du hattest, oder war das Lars, irgendein technisches Gerät vorgestellt, was so einen Knopf hatte zum Trash Talk. Und wir wussten nicht so genau, was war das noch? Weißt du das noch? Das war das Rodecaster Pro, glaube ich, mit einem Update, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war ein Knopf, wo drauf stand Trash Talk? Ja, so eine Funktion als Trash Talk, die dazugekommen ist, richtig. Genau. Ja, jedenfalls hat der Ichan Schar, also die schönste Stimme Husums, hat uns einen Audiokommentar gesprochen. Und den hören wir uns jetzt mal an. Ich bin ja immer ein bisschen hinten dran mit Hören und habe jetzt gerade eben erst Folge 120 gehört. Sehr, sehr erfrischender Einstieg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Vera jetzt mit im Team ist. Gleich die ersten Minuten habe ich wahnsinnig genossen. Ich werde immer ein bisschen traurig, Martin, wenn ich höre, wie du haderst mit den vermeintlichen Erwartungen, die an dich gestellt werden. Aber das kann dir wahrscheinlich auch keiner nehmen. Ich finde es immer schade, dass dich das so krämt. Sehr gefreut habe ich mich andererseits dann wieder über eure Mutmaßungen zum Thema Trash Talk, was das nun also sein soll. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen aufklären kann. Ich kenne Trash Talk aus dem Wrestling. Wenn sich also vor einem Kampf in einem Fernsehinterview die Wrestler gegenüberstehen und mit weit aufgerissenen Augen sich sehr bedrohlich aufplustern und ganz groß machen und ihren Kontrahenten dann wüst beschimpfen mit den absurdesten Beleidigungen. Und weswegen ich das weiß, vor kurzem ist mir ein YouTube-Video über den Weg geflogen. Da schicke ich euch den Link zu, weil das ist wirklich nice. Da sitzt der Wrestler John Cena in einer Talkshow und erklärt das Prinzip des von ihm entwickelten Reverse Trash Talk, also des umgekehrten Trash Talk. Und das demonstriert er dann auch gleich. Und ich versuche das mal umzusetzen. Und wenn ich nämlich dann sage, ich plustere mich jetzt auf, Augen weit aufgerissen. Martin, wenn ich dich hier so sitzen sehe mit deinem Headset und dann sagst du solche einfühlsamen Sachen und interviewst deine Gäste so liebevoll, dann möchte ich zu dir kommen und dich knuddeln. Ungefähr so geht Reverse Trash Talk. Und das Gegenteil davon, das ist Trash Talk. Jetzt kann ich auch wieder nur mutmaßen, was den Röde Cast April angeht, dass wenn der so eine Trash Talk Funktion hat, dass es dann wahrscheinlich um Call-In-Geschichten geht, wenn man also einen Anrufer dazu holt in eine Live-Sendung oder sowas und der auf einmal anfängt mit wüster Teilnehmerinnen-Beschimpfung, dass man dann mit einem Knopfdruck diesen Remote-Teilnehmer aus der Leitung schmeißen kann, ohne dass man jetzt wild suchen muss, auf welcher Leitung der nun gerade liegt. Und jetzt höre ich noch die Folge 120 zu Ende. Und in wahrscheinlich ungefähr vier Wochen höre ich dann meinen eigenen Audiokommentar in eurem wunderbaren Podcast. Viel Spaß euch, macht einfach weiter so, wie es euch beliebt. Denkt immer dran, Podcasting ist ein Spektrum. Es gibt kein richtig, kein falsch, sondern nur das, was ihr daraus macht. Das sind doch ganz wunderbare, tolle Worte. Ganz vielen lieben Dank, Jörn. Geht das nicht runter wie Öl? Es geht runter wie Öl, ja. Was hast du schon wieder die 120 erwähnt? Ja, danke. Merkst du, was du ausgelöst hast? Upsi, ja. Das ist schön, seid ruhig alle weiterhin betreten und macht genau das, was Jörn euch gerade vorgeworfen hat. Anstatt jetzt mit beschwingt und bestätigt rauszugehen. Genau, genau, genau. Genau, das werden sie jetzt. Das macht es noch unangenehmer, wenn es jemand callt, ne? Vor allem in meinem Hirn dreht sich gerade das Wort Podcasting ist ein Spektrum. Und ich habe verstanden, es ist Spektrum. Und ich fühlte, also ich dachte, er redet direkt von mir. Es war gar nicht so gemein. Sebastian, ich habe ein Feature-Request. Das Feature-Request ist eine Glocke, wenn sowas kommt, das auf diese Glocke gehauen wird. Und vielleicht noch irgendwie so negativen Stimulus, wie der Fachmann das nennt, hintendran, weiß ich nicht. Ja, so 20 Liegestütze oder so. Anders scheint das hier nicht zu funktionieren. Das ist ja wie andere Arbeit. Was war, ich habe einen humoristischen Beitrag gemacht? Du willst eine Liegestütze? Du willst die Liegestütze verordnen? Erklär mir das doch mal in diesem Zusammenhang. Pass auf, pass auf. Nur, weil du den Schlag, den du gegen dich selbst richtest, als humoristisch verkleidest, heißt das nicht, dass es nicht ein Schlag ist. Vertrau mir, ich mache das jahrelang. Ja, nee, nimm es doch ein. Immerhin im BMI-Rennen stehe ich ganz weit vorne im Moment. Ich könnte mir sogar so eine Bescheinigung für, achso, da wollten wir ja nicht drüber reden. Egal, dann schauen wir mal. Auch das ironisch wieder zu verpacken. Oh, komm, komm, mit Ironie kennst du dich wirklich aus. Niemals. Nein, nein, nein. Man hat mir gesagt, in dem Beruf, in dem ich arbeite, darf man nicht ironisch sein, weil das verstehen die Leute nicht. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, die einzigen, die das nicht verstehen, sind die Leute, die den Hinweis machen. Es gibt nichts ironisches als eine siebte Klasse. Okay, ja, das kann ich mir vielleicht sogar denken. Und wenn ich vorstelle, also vorstelle nicht, aber schon auch denken, also dass da ganz besondere Kommunikationsformen herrschen, die mehrere Ebenen haben. Sagen wir es mal vorsichtig. Ja, also das ist ja nicht, das ist ja dann immer die Idee, die Kinder verstehen das nicht. Ja, das ist die Idee dahinter. Dass die Kinder es nicht verstehen? Ja, manchmal musst du halt auch einfach mal Sachen sagen, von denen du weißt, dass sie 95 Prozent der Menschen im Raum nicht schnallen. Ja, genau. Das ist ja das Recht der Jugend, sich neue Begriffe auszudenken. Was meinst du, wie viele Leute nicht wissen, was ein Boomer ist, die es eigentlich sind? Ja, also das ist aber auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diese Begrifflichkeit. Ja, weil... Wir spalten ruhig noch ein bisschen vor uns hin, aber... Ja, 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 ja. Naja, das war doch früher, also bei mir waren es die Popper und die, was waren denn die anderen? Tets? Gab es Tets? Ja, oh Gott. Ja, ja. Das ist aber schon richtig alt. Ja, ich sag ja, ich bin alt, aber das ist ja dann wieder ironisch und das kann ich ja dann wieder... Nee, nee, das kannst du ja auch ernst meinen, das ist ja in Ordnung. Okay, also... Wir stellen fest, die Kommunikation funktioniert. Habe ich da gerade den Lars im Hintergrund lachen hören? Kann das sein? Oh, das ist aber schon eine Weile her. Guten Abend. Ah, das klingt aber komisch. Ja, Lars, kannst du nochmal auflegen? Also du kommst sehr verzerrt an... Schön, dass du da bist. Kannst du mal auflegen? Ja, irgendwas stimmt noch nicht. Klingt eben nach Sample-Rate oder so. Ganz ruhig. Das wäre aber kurze jetzt. Mal gucken. Ja, das klöch. Lars und das Sample... Tempel der Ritter? Sample der Ritter? Ah, meine Wortspiele werden auch nicht besser. Sebastian, kannst du trotzdem mir eben den Trenner geben für die Gartenbank? Ja, klar. Oder bist du gerade mit der Verbindung beschäftigt? Nee, nee, gerade habe ich nichts zu tun. Damit das alles eine schöne Ordnung hat hier, wissen wir nämlich jetzt. Jetzt sind wir auf der Gartenbank und jetzt begrüßen wir nochmal ganz herzlich den Thomas. Ich darf deinen Nachnamen sagen, ne? Du hast ihn im Internet veröffentlicht, Thomas Brandt. Ja, also nach dem Holgi, den am Anfang eines großen Podcasts jedes Mal vollständig nennt. Dann geht das schon auch in Ordnung. Ja, ich habe mich seit einiger Zeit ein bisschen mit den Vornamen... Also ich habe mich bemüht, die Vornamen zu sagen, weil ich nie so ganz genau weiß, wie weit wollen wir das eigentlich veröffentlichen. Normalerweise bleibe ich dann bei dem Nickname hängen, bei dem Twitter-Handle. Aber der ist bei dir so ein bisschen schwer auszusprechen. Ja, der ist scheiße, ist der so... Ich mache mir dann aber auch Spaß, da mal rauszugehen, was das vielleicht sein könnte, warum du dich vielleicht so genannt hast. Und beim Advi komme ich auf den Advisor, auf den Hinweisgeber. Steckt das da drin? Nein. Nein, überhaupt nicht. Also ist nah dran. Berater? Ach Gott. Nee, das Gegenteil. Vera? Bitte? Bitte. Gut. Nein, das ist älter. Das war zu hart. Gebe ich zu unten. Nee. Als das Internet noch jugendfrisch war, wir erinnern uns alle zurück, als es noch 28 Achtermodems gab und so, gab es Chat-Plattformen, die hatten nur acht Buchstaben für den Nickname. Und weil ich damals ein prätentiöser 18-Jähriger war, habe ich mir als Nickname Advocatus Diaboli ausgesucht. Jetzt ist das natürlich viel zu lang gewesen. Also ist das abgekürzt gewesen und davon ist bis heute Advi übrig geblieben und tatsächlich meine Privat-Privat-Homepage, wo so dieser Tagebuch-Podcast und das, was ich jetzt mittlerweile so heimlich meinen Podcast-Inkubator nenne, läuft, das heißt tatsächlich auch noch so. Und das Problem war aber, der Twitter-Händel war weg. Wie genau, wie genau, sagen wir es mal gleich für alle, die jetzt begleiten sozusagen, mal gucken, Advidiabolipo.de. ADV, ohne I. Das I ist die Verniedlichung vom ersten Teil. Es ist so bescheuert, wie es ist, aber das ist, glaube ich, das Vorrecht von Menschen, die früh im Internet waren, bescheuerte Nicknames zu haben. Aber mit automatischer Datenverarbeitung hat das nichts zu tun? Gar nichts. Früher hieß die EDV ja ADV. Also ganz, also ich meine damals, kurz vor den, kurz nach der Dinosaurier, ich weiß. Nee, also das kommt tatsächlich daher und das bleibt halt dann hängen. Also ich habe solche Unterhaltungen jetzt auch schon mit so Freundinnen und Freunden mittleren Alters geführt, die halt auch feststellen, ja, also du suchst dir halt im Internet einen Namen und einen Handel und damit bleibst du dann kleben. Ja, oder du änderst ihn nochmal. Hier unser Lieblingsphysiker. Wer heißt der denn jetzt wieder? Jetzt weiß ich nicht nur, dass er Ice Walker heißt. Das gibt es doch gar nicht. Nikolaus Wörn. Nikolaus Wörn. Du liebe Zeit. Oh Gott, oh Gott. Und aber er heißt ja gar nicht mehr Ice Walker, sondern hat jetzt Nikolaus Wörn. Genau, das war eben auch so ein Jugend, jugendlicher Leichtsinn, wo er dann gesagt hat, jetzt wo ich seriös bin, möchte ich doch, dass ich auch so heiße wie, also dass mein Handel so heiß wie ich und dann, man kann das wohl ändern. Ich hätte gedacht, dass das gar nicht geht. Ja, aber das Problem, ich glaube das Problem ist, das muss dann halt auch frei sein, ne, und dann müsste ich halt bei Twitter gucken und so weiter und das ist mir zu anstrengend. Gibt es da nicht so einen Maler, der so heißt? Nee, das ist Heiner Brand. Der heißt nicht Thomas. Genau. Ja, der, nee, also ich würde auch nicht, also ich würde dann halt wirklich das Twit einfach für Twitter hinten wegnehmen und ich würde dann tatsächlich den Nickname behalten, weil das ist halt, ich finde das ja vollkommen okay. Ich, ja, also ich habe kein Problem irgendwie mit meinem Klarnamen im Internet aufzutauchen, aber ich habe, also zumindest für die Sachen, die auch so halbwegs offiziell sind und so und die Podcasts und so, aber ich habe halt, ich hätte schon gern so das Branding durchgehend, ja. Also das ist aber so, das ist aber so das Einzige und das ist mir auch, ich glaube, man kann mit seinen Ideosynkrasien, egal wie sie aussehen, in Ruhe leben. Was sind denn Ideosynkrasien? Für alle, die die jetzt vielleicht rätseln, so wie manche hier. Für alle, die das Fremdwörterbuch nicht mitgenommen haben. Genau. Eine Ideosynkrasie ist etwas, was so in dir selbst angelegt ist, aber im Endeffekt dann irgendwie auch eigenartig ist. Ja, also deine Selbstwidersprüche im Endeffekt. Und ja, so man nimmt ja dann im Endeffekt so unheimlich viele Dinge in seinem Leben so mit. Ja, und ich finde das immer ganz nett, wenn man es halt einfach mitnimmt. Ja, also so, wenn dich die Leute dann fragen, ja, warum hast du das hier? Sondern ich sage, ja, das ist halt irgendwie, das war halt damals so. Das ist dieselbe Sache, wenn mich irgendwie Leute fragen, okay, und warum, was bedeuten diese Tätowierung und warum hast du die und so weiter? Dann sage ich an der Stelle auch, naja, also ich wollte das damals und damit kann ich natürlich auch in Ruhe leben. Ja, das ist doch gut. Ich habe mir bisher nur ein Tattoo covern lassen und da war ich schon nicht überzeugt, als ich es mir habe machen lassen. Ah, ja. So. Und das ist aber mit was gecovert, was ich definitiv niemals wieder übercovern will. Weil A, sieht es unheimlich geil aus und B, ist es was, was so zu 100 Prozent mein Ding ist. Und auch bleiben. Also das ist dann stabil, ein stabiles, idiosokratisches Ding. Ja, also regelmäßig Sonnencreme drauf, damit es auch hübsch bleibt. Ja, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Tattoos pflegt. Also ich könnte mir vorstellen, inzwischen würden Tattoos an mir etwas aus der Form, aber ich wollte ja nichts zu Spektrum sagen. Ja, weil es auch falsch ist. Also, warum? Ne, weil es halt wirklich, also das ist wirklich falsch. Ja, das hängt nicht mehr und nicht weniger, außer, das ist eine Alterssache. Aber wenn du dich jetzt aktuell tätowieren lässt, dann sieht das gut aus. Ja, wenn du dich danach entschließt, irgendwie tatsächlich brachial abzunehmen, dann kann das sein, dass du da ein Problem bekommst, weil dann irgendwann halt die Haut zu weit gedehnt ist und so. Aber da muss man halt auch sagen, ist eine Frage, wo du es hinmachst. Ja. Also ich würde jetzt zum Beispiel Unterbauch nicht empfehlen. Aber da würde ich mich auch nicht tätowieren lassen. Ich bin ja auch ein bisschen breiter. Ja, also für die geheimen Botschaften, die nicht jeder so sehen soll. Außer im Freibahn. Himmel. Wo sind wir, wie sind wir denn an dieses Thema gelandet? Hilfe, Hilfe. Du hast die falsche Frage gestellt. Ja, ich merke auch. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wir haben ja also, das ist ja das Problem beim Hören. Man entwickelt ja Bilder im Kopf und es entstehen Bilder im Kopf, die möchte ich nicht haben und ich fürchte, das geht mir nicht alleine so. Das ist alles, liegt alles beim Publikum. Ich habe die wunderschöne Fähigkeit, wenn ich mir nur Dinge vorzustellen, die ich mir vorstellen will, und der Rest ist komplett abstrakt. Super. Das ist alles beim Publikum. Ja, also wir haben, normalerweise sitzen ja hier Leute auf der Gartenbank, die irgendwas mit Podcasting zu tun haben. Ja, das bin ich nicht. Hast du auch, hast du eine Menge. Du hast ja gerade schon auf deinen Privatkanal hingewiesen, auf den Ad, Ad, wie, die Aboli, D, Nenne es Hörchaos. Hörchaos. Mit D, warte mal, wir werden gucken. Nee, 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 da kommst du wiederum nicht hin. Da musst du dann den, das ist, genau, genau. Chaos-media.de, was ist das? Ja, das gibt es auch noch. Das ist die Webseite, die ich irgendwann bei mir zusammengeklickt habe, als ich festgestellt habe, ich habe zu viele Podcasts und ich sollte eine Seite haben, in der ich sie sammle. Ja, guck, dann ist das doch schon mal ein guter Hinweis, wenn wir nicht dieses Diaboli-Eventen verwenden. Das ist da vorliegend. Möchtest du denn eigentlich immer dieser Teufel sein? Das hat sich so ergeben. Aha. Das hat sich so ergeben. Wodurch? Wilde Jugend? Was? In der Jugend? Nee, ich habe immer. Wilde Jugend? Nee, überhaupt nicht. Aber die, das hat, also, ich habe, ich habe die schlechte Eigenschaft so relativ, relativ deutlich zu sagen, wenn das scheiße ist. Und wenig diplomatisch? Genau, auch. Also, mittlerweile, mittlerweile habe, habe ich als Sekundäreleigenschaft gelernt, das diplomatisch zu sagen, aber deutlich, ja. Aber so, also, das ist so, ich neige dazu, Menschen Dinge zu erzählen, die sie nicht unbedingt hören wollen. und ich kriege sogar Geld dafür. Was ist das für ein Beruf? Das nennt sich Sozialkundelehrer. Da kriegt man Sachen, also da kriegt man sogar Geld für sowas. Ja, als Englischlehrer, als Englischlehrer erzählst du Sachen, die die Leute langweilen. Ja, als Sozialkundelehrer erzählst du regelmäßig Sachen, die sie nicht unbedingt hören wollen. Okay, die interessant sind, aber an denen man sich reibt. Ja, genau, also zum Beispiel, so Sozialstatus, ja, und solche Sachen oder, ja, und sowas, und dann, dann ist es halt die Jugend. Ja, wie sind das eigentlich? Wir hören ja ganz oft in den Nachrichten von sozial schwachen Bereichen oder so, wo aber eigentlich einkommensschwache, ähm, Personengruppen gemeint sind. Die sind wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich ein Herz aus Gold und sind also, was Soziales angeht, Natürlich haben die kein Herz aus Gold. Niemand hat ein Herz aus Gold. Aber das ist eine philosophische Frage. Lass mich doch mal in meiner poetischen Phantasieblase. Okay, so, jetzt weißt du, wo der Nickname herkommt. Genau. Also, sozial schwach ist erstens tatsächlich ein fester Begriff in der Soziologie, egal wie bescheuert man den findet, aber eigentlich sind das Menschen mit niedrigen Sozialstatus. Ein niedriger Sozialstatus zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen wenig Einkommen, eine geringe Bildung und ein schwach, ja, und ein schwächeres soziales Netz haben oder besser gesagt, ein schlechteres Umfeld, jedenfalls nach der Theorie von Pierre Bourdieu. Alles weitere kann man bei Vrind nachhören, ich erzähle es nicht hundertmal ins Internet. Sehr gut. Wofür haben wir das denn, das Internet als Speicher? Sicher. Also, du gehst also schon damit konform. Man darf das so, man darf die Leute sozial schwach nennen, obwohl man sie eigentlich Einkommensschwach nennen will. Da ist, also, da ist, da ist halt der Witz, ist das denn, also, das ist ja, das ist ja sozialwissenschaftlich, doch überhaupt keine Wertung der Person. Ja, und ich rede nicht von sozial schwachen, ich rede, also, ich rede ja grundsätzlich nicht von sozial schwachen, sondern ich rede von Menschen mit niedrigem Sozialstatus, weil das sind sie, sie haben einen niedrigen Sozialstatus. Ja, das ist nicht ihre Schuld, die einzigen Menschen, die glauben, dass das ihre Schuld ist, sind in der FDP und das ist deren Problem, dass sie das glauben. Ja, und in der CDU, CSU, die glauben das auch teilweise und in anderen Parteien, die wir gar nicht erst nennen werden, aber generell, also, du suchst dir ja, du suchst dir doch deinen niedrigen Sozialstatus nicht aus, ja, also, ja, du gehst ja nicht irgendwie, du kommst ja nicht irgendwie auf die Welt, ja, in, weiß ich nicht, ja, in dem, in dem Villenviertel von Hamburg und denkst dir, boah, ey, die ganze Kohle, ne, also, das will ich nicht, ne, ich werde jetzt Kassierer oder Kassiererin oder so, das sagst du ja nicht, ja, ja, genau, also, du wirst im Ende, also, also, wir sind, wir sind alle, wir sind alle Opfer und Produkt unserer Sozialisation und damit ist es dann halt auch mal irgendwie durch, ne, das heißt also irgendwie den Menschen die Schuld für ihre, für ihren Sozialstatus zu geben, ist halt, ähm, wohlfeil, um das mal freundlich auszudrücken und dementsprechend ist natürlich auch diese Umkehrsache, da irgendwie eine, eine, eine Eigenschaften zu attribuieren, eine ganz dumme Idee. Und dass jeder seines Glückes eigener Schmied ist, das taugt dann nicht? Ähm, ja, wissen wir, dass dem nicht so ist, da gibt es ja Statistiken zu und so, da gibt es auch Forschung zu, also, so. Ja, ich meine, wir haben ja dieses, wie viele Kinder von Nicht-Akademikern studieren, das ist deutlich weniger als, ich kann ja erst aus dem Kopf sagen, in Bayern, also in Bayern zum Beispiel, nach, äh, nach den PISA-Studien, und die können wir jetzt einfach mal nehmen, ähm, nach den PISA-Studien, hat ein, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, die, die haben ein Panel gemacht, ja, mit vier Stufen des sozialen Status, die machen so das, das ist sozioökonomische Panel, die haben im Endeffekt gesagt, die Personen, die auf der, im zweiten Viertel sind, ja, also in der 25 bis 50 Prozent Perzentile, das ist unsere Eins, diese Personen haben eine Wahrscheinlichkeit von Eins, ja, aufs, aufs Gymnasium zu gehen, verglichen mit denen haben Menschen aus dem unteren Viertel eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 und Menschen aus dem obersten Viertel, also aus der, aus den obersten Statusgruppen, eine Wahrscheinlichkeit von sieben, oder anders ausgedrückt, Menschen, Kinder von, Wahrscheinlichkeit ist immer ein Wert zwischen 0 und 1, da, sieben gibt es da nicht, 70, 0,7, sieben? Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von jemandem mit hohem Sozialstatus aufs Gymnasium geht, ist 14 mal höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von jemandem mit niedrigem Sozialstatus aufs Gymnasium geht, oder noch anders ausgedrückt, Kinder von Reichen gehen immer aufs Gymnasium, ja, Kinder von Armen fast nie. Das verstehe ich. Nachdem Intelligenz allerdings über die Gesellschaft ja eher so gauss verteilt ist und das nichts damit mit dem Sozialstatus zu tun hat, kann man sich jetzt überlegen, wie sehr das alles was mit Leistung zu tun hat. Spoiler, nix. Ja. So, ne? Also, und deswegen, sozial schwach ist halt irgendwie so ein dummer Begriff, aber es gibt halt Menschen mit niedrigem Sozialstatus und hohem Sozialstatus und die Menschen mit dem niedrigen Sozialstatus werden strukturell in Deutschland davon abgehalten, einen höheren Sozialstatus schnell zu erwerben, ja, und das an vielen Stellen. Ein schönes Beispiel sind dann auch die Schülerinnen und Schüler meiner Schule, weil die sind nämlich schon auf einem Weg, der nicht ganz der hohe Sozialstatus ist. Das ist halt so. Dann bleiben wir gleich. Was machst du denn für, also, eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie du zum Podcasten gekommen bist, warum du das machst, warum du im Internet darüber erzählst. Aber gut, dann gehen wir erstmal auf deine Schule. Du bist in der Berufsoberschule, in einer Berufsoberschule in Bayern untergebracht. Was ist eine Berufsoberschule? Eine berufliche Oberschule ist eine Berufsoberschule und eine Fachoberschule. Wir haben zwei unterschiedliche Schulnummern, das ist total super. Wenn ich Menschen wirklich verwirren will, fange ich an, Behörde zu reden. Das machen wir jetzt nicht. Also, was das ist, ist, wenn du eine mittlere Reife hast, also einen Realschulabschluss auf irgendeine Art, und da kann man in Bayern, den kann man in Bayern auf so ungefähr fünf bis sieben, wenn nicht sogar noch mehr Arten erwerben, dann hast du, dann hast du die Möglichkeit, auf eine berufliche Oberschule zu gehen. Und zwar entweder auf eine Fachoberschule, dann machst du das direkt mit dem Realschulabschluss und machst bei uns eine elfte Klasse, in der ein Praktikum stattfindet und eine zwölfte Klasse und hast dann ein Fachabitur danach. Du kannst, wenn du in dem Fachabitur gut bist, auch noch in eine dreizehnte Klasse gehen und ein Abitur, also eine allgemeine Hochschulreife oder ein fachgebundenes Abitur, also ein, also eine fachgebundene Hochschulreife, also ein Abi für bestimmte Teile der Universität erreichen. Der Unterschied ist da, dass du eine zweite Fremdsprache brauchst, die du nicht automatisch in der Realschule machen musst. So. Die zweite Möglichkeit ist, du hast eine mittlere, du hast einen mittleren Schulabschluss auf irgendeine Art erworben und hast dann eine Ausbildung gemacht. Dann kommst du auch zu uns, allerdings gehst du nicht an die Fachoberschule, sondern an die Berufsoberschule, machst nur die zwölfte Klasse und kriegst ein Fachabi und kannst dann auch in die dreizehnte Klasse gehen und dann kannst du wieder ein ganzes Abi machen oder ein fachgebundenes Abi. Aha. Das heißt, der praktische Anteil wird quasi ein Jahr Schule gleichgesetzt? Genau, also die Berufsschule wird im Endeffekt ein Jahr gleichgesetzt und die elfte Klasse FOSS ist im Endeffekt der berufliche Teil der Ausbildung. Das heißt, wir haben auch Ausbildungsrichtungen. Meine Schule hat zum Beispiel Sozialwesen, Wirtschaft, internationale Wirtschaft, Technik und im Technikzweig zum Beispiel bekommst du im Endeffekt eine Grundlagenausbildung in Elektrotechnik und eine Grundlagenausbildung in Metallbearbeitung. Das heißt, unsere Techniker können nach der elften Klasse eine CNC-Fräse bedienen und Verkabelung und sowas durchführen. Ja, geil. Wolltest du nicht umschulen? Das ist doch viel schöner, als Englisch zu unterrichten, oder? Nee, wieso? Weil es praktisch ist. Was siehst du, was du gedrechselt hast oder gelötet hast? Die Leute sind bei uns, damit sie die Praxis hinter sich lassen. Also wir sind ein Berufsgymnasium, technisch gesehen. Das heißt nur anders. Das ist schön. Die Leute sind bei uns, dass sie die Praxis hinter sich lassen. Das ist sehr schön. Wenn du mit den Schülern aus der Berufsoberschule redest, dann ist das sehr oft so, dass sie sagen, ich möchte studieren gehen, weil ich möchte hier keine Knochenjobs mehr machen. Ich möchte mindestens ein Fachabi machen, damit ich in dem Job, den ich bisher habe, besser bezahlt werde, weil meine Aufstiegschancen sind jetzt hier begrenzt und so weiter. Ja gut, du hast immer die Wahl. Du machst dir die Knochen kaputt oder die Seele? Ja gut, okay. Ja, na gut, aber es will ja nicht danach jeder BWL studieren. Du kannst halt für die Leute, die Sozialwesen machen, kannst du das zum Beispiel nicht sagen. Die möchten sehr viele Kinder, also es gibt dann Menschen, die wollen Erzieherausbildung machen. Das ist immer total sinnlos, weil im Endeffekt du mit dem Fachabi da eigentlich schon drüber bist. Und Erzieherausbildung in Bayern zumindest fünf Jahre dauert und das ist totaler Quatsch, das danach zu machen. Aber die möchten dann zum Beispiel Sozialwesen. Aber wenn es intrinsisch so gewollt ist, dann kannst du es auch gleich nach der Realschule machen. Ja, aber das weiß man ja manchmal nicht. Die Menschen brauchen doch Umwege und das ist ja das Gute. Du denkst doch auch wie ein FDPler im Moment. Das bist du doch gar nicht. Darf ich mich kurz einschalten? Ich bin Erzieherin und bei uns konnte man das Fachabi einfach mit bei der Ausbildung dabei machen und bei mir waren es nur drei Jahre. Genau, bei uns musst du glaube ich tatsächlich, selbst wenn du mit dem Fachabi kommst, es gibt irgendwo eine Verkürzung da drin, das weiß ich. Aber eigentlich musst du den Kinderpfleger zwei Jahre machen und dann musst du die Erzieherausbildung machen. Es kann sein, dass du den Kinderpfleger da wegnehmen kannst. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, gibt es den Kinderpfleger noch? Also bei uns war es der Sozial... In Bayern ja auch. Ah ja, die Sozialassistentin und da habe ich nur ein Jahr gemacht und dann zwei Jahre Erzieherinausbildung und das Anerkennungspraktikum und das Vorpraktikum habe ich alles nicht machen müssen. Aber ich habe auch ziemlich abgekürzt. Es ist in jedem Bundesland anders und es ist furchtbar. Und natürlich kannst du halt mit dem Fachabi gleich soziale Arbeit studieren, wo so und so viele Leute, die dann die Erzieherausbildung machen, ja auch dann doch noch landen. Weil sie sagen, okay, ich kann jetzt ja auch weitergehen und so und dann kannst du dir halt das sparen. Also es ist eine Pragmatik-Geschichte, mehr ist es nicht. Weil das Ziel ist immer noch dasselbe. Ja, und ich habe auch schon Schülerinnen und Schüler gehabt, die gesagt haben, ja, ich mache zwar mein Fachabi, aber danach werde ich Krankenpfleger, Krankenpflegerin und so. Und da gibt es nichts dran. Ja, also warum denn nicht? Genau. Sebastian, hast du gerade auch Luft geholt? Wolltest du was sagen? Nein, ich habe nicht Luft geholt. Okay, dann habe ich mich verhört. Ich wollte dich nur nicht links liegen lassen. Aber wir können gerade mal fragen, ob der Lars jetzt besser zu hören ist an der Stelle. Und das will ich mal stark hoffen. Ja, das geht gut. Oh, glasklar. Schön. Hi, Lars. Guten Abend. Lars, klar. Dann hat Lars vielleicht Luft geholt. Ich wusste, dass der noch kommt. Das war so klar. Entschuldigung. Ich bin doch wirklich durchschaubar. Nee, man hat sie halt irgendwann alle durch. Ja, okay. Ja, es ist so unfair. Wortspiele mit Namen sind so unfair. Und trotzdem mache ich es immer wieder, weil ich kann es mir nicht verkneifen. Du kannst alles mit ihm machen. Du hast ihn Markus nennen. Nö. Du hast mit meinem Namen auch spielen, wollte ich sagen. Gleiches Recht für alle. Mache ich aber nicht. Ja, eben. Du bist ein anständiger Mensch. Das beschämt mich noch viel mehr. Das reicht, wenn du dich jetzt einfach so schlecht fühlst. Ja. Dabei war doch heute der heimliche Plan, Martin dazu zu bringen, dass er sich nicht schlecht fühlt. Ich bin nicht böse. Ich bin nur traurig. Und das macht es jetzt besser? Nee, natürlich nicht. Ich bin es heute täuschen. Das sind diese ganz perfiden Mechanismen, die jeder von uns am eigenen Leib vermutlich zu spüren bekommen hat. Und wenn wir uns nicht in Acht nehmen, dass wir das auch selber tun. Weil irgendwie kommt man das ja wieder. Wenn ihr so weitermacht nicht pädagogisch. Lass uns mal die Pädagogik sein lassen. Ich habe verfallen. Das ist gut. Ich kann auch sagen, es klingt gefährlich. Aber Vera weiß sogar genau, worum es geht. Ja, genau. Nee, nee. Das ist halt auch eine Drohung. Ja. Ja, es ist wirklich. Was ist so schlimm an der Pädagogik? Nee, das Problem ist, wenn du pädagogisch gegenüber Menschen wirst, nimmst du sie sehr oft dann nicht mehr ernst daran. Da werden halt Probleme behandelt. Ja. Also zumindest in meinem Bereich ist es dann halt so. Das ist eine Frage, die ich mir sowieso vorgenommen habe. Vielleicht ist es jetzt der geeignete Raum dafür. Ich habe mal in einer WG gelebt. Da war eine der Mitbefohnerinnen auch Pädagogik, Sonderpädagogik hat die, glaube ich, gemacht. Und spätestens in dem Moment, wo sie in dieses Praktikum da eingetreten ist, hatte ich das Gefühl, sie kommt aus dieser, ich weiß Bescheid und die anderen sind alle dumm, Haltung irgendwie nicht mehr raus. Also es war. Es ist furchtbar. Es ist so furchtbar. Wenn dann Menschen, die das aus, wenn dann Menschen, die Pädagogik studieren oder Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, plötzlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Alter Vater, ja. Und alles besser wissen. Und wo ich mir denke, ja, oh Gott, ich war auch mal so, weil ich es dann verstanden habe. Weil ich dachte, ich habe es verstanden. Und jetzt weiß ich halt, dass es, dass halt alle so sind. Sie verstehen dann irgendwann, jetzt habe ich, jetzt habe ich den Gral gefunden und jetzt muss ich das allen aufs Butterbrot schmieren. Es ist wirklich, ja. Und so diese Überlegenheit, diese Überlegenheit, ja. Genau, ja. Weil du in deinem Berufsleben Leuten was sagen darfst, denkst du dann, dass du das überall machen kannst. Ich muss da ehrlich sagen, es ist mir komplett fremd, ja. Es ist mir auch inzwischen, also wo ich mir denke, so ja, wir sind, also ja, also ich merke halt immer, okay, da sind, wenn wir unsere irgendwie, oder weiß nicht, Praktikanten haben oder wenn ich irgendwie Menschen treffe, die das studieren oder eine Ausbildung machen und dann merke ich immer, wo der, wo der Knopf umgelegt worden ist und so, ach, jetzt sind sie in der Phase. Sehr schön. Jetzt, jetzt glauben sie alles zu wissen. Was ja nicht schlimm ist, was ja gut ist, weil sie, weil man dann weiß, jetzt haben sie es auch verstanden alles, aber es ist dann doch anstrengend. Genau, genau. Und dann kommt irgendwann die große Enttäuschung. Genau, ja. Also, also zum Beispiel, was mir zum Beispiel bei Lehrkräften immer auffällt und das ist mir tatsächlich immer fremd gewesen, ist die, die erstaunliche Fähigkeit, steile Hypothesen über die Innenwelt von anderen Menschen zu machen. Ja, also, also, Psychologen und so kämen nie auf die Idee, aber Leute, die so, weißt du, so ein erziehungswissenschaftliches Studium mit zweieinhalb Prüfungen, so wie ich das gemacht habe, die sitzen dann da und wissen ganz genau, was in dem Schüler vorgeht und in der Schülerin, ja, und ich so, ich stelle immer so da und sagst, keine Ahnung. Ja, genau. Ich habe eben an die Vera gefragt, wann ist denn bei dir der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, ich bin da auf dem falschen Dampfer, ich bin doch nicht so, also, ich weiß doch nicht alles, sondern, das muss doch, das ist doch bestimmt ein schwieriger Moment, wenn man dann plötzlich an sich selber zweifelt, wo man vorher mit traumwanderischer Sicherheit unterwegs war. Genau, es war kein Zweifeln, sondern so ein, ah, vielleicht habe ich da ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen, ich weiß ja doch noch gar nicht alles, wie ich dachte, also es war jetzt kein, es war so ein schleichender Prozess, es war jetzt kein Aha-Erlebnis, Ah, okay. sondern so inzwischen kann ich halt sagen, so, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich war ich genauso, also ich kann auch nicht sagen, ob ich wirklich genauso war, aber, ähm, ich hatte auf jeden Fall zwischendurch so diese Phase, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich, ähm, vier Stunden Pädagogik und drei Stunden Psychologien in der Woche gehabt und jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich allen davon erzählen, was, aber inzwischen weiß ich auch fast gar nicht mehr, was da in der Schule erzählt worden ist. Weißt du? Ja, ja, eben. So ein Bullshit, der da erzählt wird. Ja, also es wird halt auch viel immer in so Fortbildungen und sowas dann immer wieder, immer, immer wieder wiederholt, also Kommunikation, da kenne ich mich jetzt aus, also das kriege ich seit 20 Jahren mit, dieses Thema, aber weiß ich nicht, nee, es ist so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich dann irgendwann dachte, okay, ja, aber ich erkenne mich halt wieder, wenn ich so Praktikanten, PraktikantInnen meine ich sehe oder Studierende, die dann dieses, diese Phase dann auch mal haben. Wie hat jeder, jede, jede Person. Ich hatte im Studium schon relativ schnell dieses, okay, die Pädagogen erzählen nur Gülle, da muss ich aber dazu sagen, ich habe ja als zweites Fach Soziologie und so weiter studiert, und da hast du, da hast du halt dadurch das, durch Soziologie und Politik, Politikwissenschaft, hast du so und so, so eine Art gesellschaftswissenschaftlichen Blick da, und die Pädagogik hat einen anderen Blick, und dann, dann clasht das schon an der Stelle hin und wieder, sodass du, du hast als Soziologe, wird dir so eine gewisse Menge Disrespekt vor solchen Sachen angezogen, ja, und das hat, das war vielleicht dann mein Problem, vielleicht war ich auch einfach nur jung und arrogant, das ist eine genauso gute und valide Argumentation, und, aber also, ich kenne, ich kenne das auch, ja, diese, diese ganzen Kommunikationstheorien und so, manchmal ist das gar nicht so blöde, dass du das weißt, weil du kannst dir dann die Frage stellen, was um Gottes Willen ist denn jetzt hier eigentlich schief gegangen? Ja, ja, total. Und dafür ist es super, weil danach kannst du es besser machen, aber im Vornherein irgendwie, ey, überpräpariert in irgendwelche Situationen gehen, ja, da hast du, es ist immer, es ist immer eine Katastrophe, und ich weiß nicht, wie oft ich mich in meiner beruflichen Laufbahn jetzt schon einfach so komplett getäuscht habe, und der Rückfall war dann immer einfach authentisch in der Situation stehen und es läuft. Und nicht irgendwie versuchen eben, ja, also pädagogisch zu sein, ja, oder so, das funktioniert nicht, sondern die Leute nehmen dich auch nicht ernst, also das ist das Nächste, ja, und du wirst halt überhaupt nicht ernst genommen, wenn du irgendwie versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Und gerade Kinder und Jugendliche, die riechen das, ja, wie, 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 wie das Wolfsrudel im Wald. Angeschossener Referendar. Ja, genau, leichte Beute. Du hast aber gerade gesagt, um dir eine Situation zu erklären, also du bist in einer verfahrenen Situation oder so, und dann versuchst du das irgendwie zu erklären, das heißt, du legst da so ein gedankliches Modell drauf, was könnte jetzt hier eigentlich gerade Sache sein, und gleichzeitig höre ich aber auch so eine gewisse Zurückhaltung, diese ganzen Modelle, die taugen eigentlich nicht so richtig für die Wirklichkeit, gleichzeitig helfen sie aber möglicherweise dann doch irgendwie weiter. Wie kommt man denn da klar? Ist das so ein Spannungsfeld irgendwie? Ich würde jetzt sagen nicht, also die Frage ist halt, was machst du? Psychologische, psychologische Kommunikationstheorie ist total super, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn hier jetzt eigentlich passiert? Und diesen Satz habe ich von meiner Schulpsychologin im Referendariat geerbt, die war total super. Die hat nämlich gesagt, manchmal werden sie in der Schule eine Situation haben, wo ihnen alles um die Ohren geflogen ist. Und das ist okay, das passiert, das passiert auch mir heute noch. Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie geben ihren Instinkt nach, die zweite Möglichkeit ist, sie treten mental einen Schritt zurück und stellen sich die Frage, was zur Hölle ist jetzt hier gerade passiert? Und an der Stelle hilft es natürlich, Strukturprinzipien zu haben und zu wissen, was weiß ich, die vier Seiten einer Nachricht, Schulz von Thun, das ist ganz einfach basal. Dass du dir die Frage stellst, okay, was habe ich gesagt, was hat der verstanden? Warum ist das, was ich gesagt habe, so angekommen und dann hast du da eine Lösung für? Und was ist die vierte Seite? Moment, jetzt machen wir aber auch, war das irgendwie? Das ist doch hier keine Vorlesung. Die Gemeinde, also wenn wir hier so Sachen in den Raum werfen und sagen, es gibt eben vier Seiten und wir zählen nur drei auf, dann stimmt ja irgendwas nicht. Wir haben eigentlich nur, ich habe nicht mal eine erzählt. Ja gut, dann sag mal eben, nur für alle, die vielleicht wollen ja Leute dann hinterher wissen, wie Schulz von Thun funktioniert und schlagen bei der Wikipedia mal Schulz von Thun. Da gibt es eine Wikipedia-Seite zu. Also sprich, klassischerweise, alle Äußerungen, die du machst, haben eine Sachseite, eine Selbstoffenbarungsseite, eine Beziehungsseite und eine Appellseite. Beispiel. Du sagst zu einer Person… Jetzt erinnere ich mich wieder an Diskussionen in der Küche. Oh ja. Bitte, bitte, ja, also was weiß ich, der Klassiker ist, bitte mach mal das Fenster auf. Das ist immer so ein Standardbeispiel, so. Auf der Sachseite ist irgendwie, ich möchte, ich möchte, hier im Raum ist es stickig, wäre jetzt ein Teil der Sachseite. Ja, es gibt irgendeinen Grund, das Fenster zu öffnen. Und die Selbstoffenbarung ist, ich möchte gerne, ich möchte gerne, dass das Fenster geöffnet wird. Die Beziehungsseite ist, ich möchte, dass du das Fenster öffnest. Ja, und das ist in dem Fall dann auch die Appellseite, ja, also die Aufforderung an dich, das Fenster zu öffnen. Ja, und ich bitte dich darum, ja, dass du das für mich tust, als so komplementäre Gegenseite. Und je nachdem, wie man das macht. Aus diesem Ding fließt unter anderem, diese alte und wichtige Idee in so Konfliktsituationen Ich-Aussagen zu machen, weil bei Ich-Aussagen nämlich die Hälfte dieser Sachen einfach wegfällt. Das ist eine reine Selbstoffenbarung, da kannst du nichts drausziehen. Wenn dann Leute da Appelle drausziehen, ist es deren Problem. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich fühle mich angegriffen, ja, weil ich das so und so verstanden habe, dann kann der andere nichts anderes tun, als eine Position zu beziehen und dann kannst du von vorne wieder diesen Diskurs aufbauen. Obwohl, also spontan würde ich jetzt sagen, das ist ja eine schöne, klare Aussage, mit der ich was anfangen kann. Schlimmer ist ja, wenn jemand sagt, hier könnte ja mal auch jemand das Fenster aufmachen. Da weiß man, da steht das so im Raum. Da kann man sagen, ja, könnte jemand irgendwann mal, natürlich. Was sollte mir das sagen? Da komme ich noch viel schwieriger mit klar mit so einer Aussage. Und die Antwort ist, dass du das Fenster nicht aufwachst, bis die Person gelernt hat, das anständig an dich zu richten, weil anscheinend hat sie das nicht gelernt. So, das war jetzt die Lehrerantwort. Ja, das wäre auch meine Wald und Wiesen nicht leere Antwort. Dann sag es doch. Sag doch, was du willst. Man kann ja nein sagen. Aber ich muss erst mal wissen, dass ich gemeint bin. Du wirst ja da nicht hin sozialisiert, sondern das ist ja so eine Sache, dass dann im Endeffekt, da gibt es jetzt implizites Beziehungshandeln und so. Das sind halt immer so Sachen, dass sehr viel der Kommunikation zwischen Menschen darauf basiert, dass man gesellschaftliche Konstruktionen dazu benutzt, zum Beispiel Macht auszuüben und sowas. Und das steckt dann da dahinter. Das heißt also, du hast eine Konstruktion in der Gesellschaft, dass dann die Leute riechen sollen, wie das ist. Da gibt es auch ganz viele Sachen, so gerade in Beziehungen, auch in romantischen Beziehungen, hast du diese Späße. Oh ja. Das, ja. Also ich, wenn ich jetzt ja sage, dann, weil in mir läuft ein Film ab, was ich aus mir, also von mir, für mich selber alles gelernt habe, was wie schwierig es ist, eine klare Aussage zu machen und nicht zu erwarten, dass andere rauskriegen. Also ich sage nein. Nee, das ist dieses Scheißbeispiel. Das ist. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, wie man so richtig Beziehungs, die Beziehungsebene, also Watzlawick hat gesagt, das ist nicht Schulz von Thun, aber es ist ähnlich, es gibt immer eine Beziehungsebene, es gibt eine Sachebene und man darf die nicht, und wenn man die verwechselt, hat man ein Problem. So, und du kannst aber zum Beispiel die Beziehungsebene ausnutzen, damit Leute auf der Sachebene was machen. Nämlich, ja, so, du Martin, könntest du mich morgen zum Flughafen fahren? Und auf der Sachebene ist die Antwort natürlich, nee, da zieht mich nichts hin und auf der Beziehungsebene ist aber natürlich. Ja, so. Können könnte ich, aber ob ich wollte, weiß ich noch nicht. Genau, weil du machst das ja am Ende für die Person. Genau. So, der Witz ist natürlich, dass du, dass du interessanterweise nicht hingehen kannst und sagen kannst, ähm, ja, für dich mache ich das gerne, weil die Profis dann darunter sagen, nee, ich will das dann nur, dass du es gerne machst. Im Übrigen, falls das deine Partnerin oder dein Partner ist, der so mit dir rät, trenn dich. Ah, mir läuft es gerade kalt den Rücken runter. Ja, natürlich. Ja, es gibt, oder sowas wie die Seilspontan-Paradoxie, ja. Ja. Schatz, es wäre ja schön, wenn du mir mal ganz spontan Blumen mitbringst. Bring, bring niemals Blumen mit, weil, wann immer du auch Blumen mitbringst, der Satz ist, ja, das hast du ja nur gemacht, weil ich es dir gesagt habe. Ja. So. Jetzt auch was Schlechtes über Männer. Das geht so, also so kann das nicht stehen bleiben. Nein, nein, Männer machen das alles auch. Wo Schlepper. Es ist, nee, anders. Männer machen das alles auch, aber anders. Und verdeckter meistens sogar, weil natürlich Männern dieses, dieses Überhöhen der Emotionen ja gesellschaftlich nicht erlaubt ist. kannst du ja als Mann nicht einfach so, so auf der Beziehungsebene drücken. Nebenbei wäre das doch total jenseits deiner männlichen Sozialisation, dass du so deiner, ähm, ähm, im Chat wird gerade versucht, das rumzudrehen. Das funktioniert auch nicht. In deiner, in deiner männlichen Sozialisation ist das ja nicht wirklich drin, eine Forderung zu stellen, sondern, ja, du gehörst, von dir wird ja technisch gesehen erwartet, dass du Sachen vergisst. Ja. Ja. Warum? Jetzt hab ich den Schaden verloren. Nein, Entschuldigung. Beim Einkaufen vergesse ich schon mal Sachen, aber das mache ich ja nicht mit Absicht. Als Mann in einer klassischen romantischen Beziehung wird von dir unter anderem implizit erwartet, dass du gefälligst den Jahrestag vergisst, damit sich dann auch die Macht, die Macht ordentlich einsortiert. Ja. Echt? Oh Gott, meine Sozialisation ist ja ganz, ich bin ja überhaupt nicht von, also der ist ja, ist ja rudimentär. Ich hab ja nichts gelernt. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendeine Ironieebene oder irgendwas nicht mitkriege, aber da war eine Ironieebene drin. Boah, Lars, super, ich bin drauf reingefallen. Ja, also, das alles, was jetzt gerade gekommen ist mit Männer, Frauen und die einen so, die anderen so, also, ich mache mir diese Aussagen nicht zu eigen. Nein, also, vor allen Dingen die Männer, die Männer, die Männer, die Frauen Sache, das hätte ich gar nicht gesagt, sondern es gibt tatsächlich diese ganzen Strukturen einfach im, im, im Beziehungshandeln von Menschen und so weiter. Ja, das wird halt einfach gemacht. Da gibt es auch schöne Studien zu und so weiter. Wie gesagt, Paul Watzler Weg, Anleitung zum Unglücklichsein, da steht ja schon alles drin. Ja. Und das macht halt sehr viel Leid. Ja. Also, das macht halt einfach sehr viel Leid, weil viele Leute tatsächlich so umgehen. Also, ich meine, ich kann mir das dann halt auch irgendwie so im Privatumfeld regelmäßig angucken, wie Leute so kommunizieren, ja. Dann stehst du immer nur in der Nähe und denkst dir, warum tut ihr euch das alle an? Ja. Ich habe früher auch so kommuniziert. Ich bin ein Meister der indirekten Kommunikation, die regelmäßig vor die, vor die Wand gefahren ist. Genau. Also, ich habe wirklich lange, lange, lange gebraucht zu begreifen, dass es wichtig ist, rauszukriegen, was ich will und dass ich das auch in klaren Worten nach außen gebe. Und dann hat das Gegenüber die Chance, ja oder nein zu sagen. Mach ich mit, mach ich nicht mit. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. aber diese Schlichtheit, die habe ich mir über Jahre abtrainieren müssen, weil ich komplett in einer anderen Art des Redens miteinander erzogen worden bin. Genau. Das ist furchtbar. Deswegen läuft es mir gerade kalt den Rücken runter. Ich habe das nicht als ironisch empfunden, sondern als Flashback, als fürchterlichen Flashback sozusagen. Aber ich bin froh, dass das andere Leute wie Lars auch als Ironie enttarnen können. Das ist gut. Ja, ich habe es nicht enttarnt. Ich war mir nicht sicher. Und mir war es wichtig zu sagen, dass es hier, also nicht meine Meinung ist. Nee, nee, nee. Das Problem ist, es ist beides. Es kommt, das ist, es ist zum Beispiel auch eine Altersfrage. Ja, es ist eine Altersfrage und so weiter. Aber zum Beispiel weiß ich, ich habe ich das jetzt hier so, ich habe halt Menschen in meinem Umfeld, die scheitern mit dieser Art von Kommunikation regelmäßig an mir. Und ich weiß, wie empfänglich ich noch vor zehn Jahren für sowas war und sehr viel meines persönlichen Leidens hat damit zu tun gehabt, dass ich erst mal kapieren musste, was da mit mir passiert. Weil komischerweise, so intuitiv, emotional, habe ich mich dagegen eigentlich immer gewehrt. Ja, und ich habe mich gesagt, ey, was willst du denn dann? Was ist denn das hier? Ja, und dann habe ich, dann bin ich an diesem ganzen Kram halt auch durch Studium und so weiter vorbeigekommen und habe mir gedacht, oh, und dann war mir auch klar, warum mich das stört. Aber das Problem ist halt, dass viele Leute sich da sehr schlecht fühlen. Dann kannst du wieder den Bogen machen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch eine schlechte Idee, mit solchen Konzepten pädagogisch zu arbeiten in der Schule oder auch in allen anderen pädagogischen Einrichtungen, weil wir im Endeffekt dann Leute dazu sozialisieren, dass sie a, sich nicht klar äußern und auf der anderen Seite glauben, dass wenn man solche Spielchen spielt, dass das tatsächlich gut und positiv besetzt ist. Und das willst du halt nicht. Gesellschaftlich gewollt sogar irgendwie. Und zumindestens bei meinem beruflichen Alltag ist es so, dass ich regelmäßig gegen solche Vorstellungen dann halt wirklich vorgehen muss. Ja, also so negative Verstärkungsszenarien und sowas, weil du dann den Leuten erklären musst, das ist ja schön und gut, dass sie sich jetzt hier irgendwie zwei Wochen lang alle eingeredet haben, dass sie in Englisch schlecht sind, aber die einzige Person im Raum, die das beurteilen kann, bin ich und ich verrate ihnen jetzt was, sie sind es nicht. Und jetzt müssen sie halt irgendwie entweder einfach mal annehmen, dass ich recht habe oder sie leiden da jetzt unter ihrer kognitiven Dissonanz. Und nachdem ich das Letztere nicht möchte, nehmen sie das doch an. Ich biete ihnen jetzt hier die Möglichkeit, einfach der Autorität zu vertrauen und gut ist. Und das ist unheimlich schwer. Und natürlich wird zum Beispiel auch versucht, das Problem Schule auf einer sozialen Ebene zu lösen und nicht auf einer fachlichen oder Leistungsebene. Also sprich, man versucht zum Lehrer nett zu sein, damit man gute Noten kriegt. Ja, genau. Und dann stellt man fest, dass es nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Das funktioniert dann trotzdem. Man kann, ja, ja, ja. Aber du hast halt auch regelmäßig die Erfahrung, ja, du hast halt dann auch halt irgendwie mal den Kollegen und in dem Fall ist es wirklich eine Männer-Frauensache, der noch empfänglich für so einen offenen Ausschnitt ist. Ja, das gibt es halt immer noch. Ausschnitt, meinst du jetzt an einer Bluse oder was? Ja, genau. Also, dass dann die Damen im Raum durchaus wissen, wen sie wie ansprechen müssen. Und ja, da muss man dann halt auch sagen, das ist das, da muss man dann halt mal gegen eintreten und nicht mitspielen. Ja, und genau dasselbe geht dann halt auch irgendwie, das geht halt auch in der Gegenrichtung. Also die größten Probleme, die ich an der Arbeit so kenne mit, wo wir wirklich Leute verlieren, ja, insbesondere dann auch zum Beispiel an psychische Probleme und so. Also unsere Schule ist sehr schnell und sehr hart. Man muss, man kann, man kann eigentlich nicht ausfallen, sonst schafft man diese Schulort nicht. Und sie hat sehr viel Anspruch und sie hat Probezeiten und so weiter. Es ist nicht ohne. Ja, es ist einer, der hat die höchste Betriebstemperatur, die man sich so vorstellen kann. Und gesund ist es nicht wirklich. Ja, das wissen wir auch. Aber wir versuchen das Beste, die Schülerinnen und Schüler zu beschützen. Wo kommt das her? Also das ist Druck von außen? Lehrplan von außen? Den ihr dann irgendwie gemeinsam erfüllen müsst? Oder was? Du hast Menschen mit der mittleren Reife, die innerhalb von netto anderthalb Jahren, und das ist wohlwollend gerechnet, auf die Leistungsfähigkeit eines Fachabiturs, respektive Abiturs gehoben werden wollen. Und die Leute, die ihnen die mittlere Reifezeugnisse ausstellen, haben ganz andere Dinge in ihnen testen wollen, als wir. Grob. So, und dementsprechend kommen die aus ganz anderen Umständen und sie kommen im Endeffekt auch mit einer ganz anderen schulischen Sozialisation. Und wir haben halt diese Einstellung, sie seid alle erwachsene eigenständige Menschen und als erwachsene eigenständige Menschen gehen wir davon aus, dass sie Dinge einfach selber tut und so weiter. Und die kommen teilweise halt aus so Kontexten, wo ihnen alles vorgegeben wurde, weil die Leute halt gesagt haben, ja, wenn ihr macht, was wir sagen, dann wird das schon alles gut. So, und dann musst du da irgendwie dazwischen navigieren, zum Beispiel solche Sachen. Und die Leute haben sehr hohe Ansprüche, die haben auch sehr große Wünsche daran. Da hängen viele Hoffnungen an so einem Abi. Insbesondere für Menschen, die darüber ihren sozialen Ausstieg machen, siehe die Diskussion von vorhin. Dementsprechend ist da sehr viel auch persönlicher Druck drin. Und wenn wir Menschen verlieren an psychische Probleme und so, dann sind es, also wirklich verlieren, die auch gar nicht mehr auftauchen, dann sind es gerne junge Männer. Weil junge Frauen sind eher bereit, Beratung anzunehmen und zum Beispiel auch Hilfe in dem Bereich anzunehmen als junge Männer. Die verschwinden uns dann. Und ich habe keine Pflichtschule. Bei uns werden die Leute nach einer gewissen Zeit, die sie fehlen, einfach rausgeworfen. Und das ist halt dann so ein Problem. Das heißt, also ich kann dir das aktuell sagen, ich habe dieses Schuljahr wieder einen Fall gehabt. Ja, jetzt auch noch innerhalb der Umstände, wo ich ganz genau weiß, mit einer engeren Betreuung und mit einer engeren Ansprache hätten wir vielleicht was machen können. Aber wir konnten nichts machen. Und dann muss ich als Klassenleitung irgendwann mal Zettel ausfüllen. Ja, und Leute, die eigentlich leistungsmäßig überhaupt kein Problem gehabt hätten, das alles zu bestehen, von der Schule werfen. Und ich bin sicher, dass wir die Person nicht wiedersehen. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du sowas begleitest? Was? Was macht das mit mir? Das macht mich sauer. Okay. Ich wollte mal zu dem Podcast kommen. Zu dem, also du machst ja mehrere, wo du jetzt mit Holgi dann da redest, oder? Nein, also, aber solche Sachen, sowas macht dich natürlich sauer. Vor allen Dingen, weil du machtlos bist. Ja, aber Machtlosigkeit muss man halt auch aushalten können. Und du kannst halt nur dein Bestes tun und fertig ist, aber du solltest halt auch versuchen, dein Bestes zu tun. So. Und das ist im Endeffekt dann auch der Selbstanspruch. Und manchmal scheiterst du halt. Und ich glaube, eine der Sachen, die man dann auch wiederum schulisch vermitteln muss, ist, dass Scheitern okay ist. Und das ist eine Sache, die ist in Deutschland komplett unbeliebt. Ja, die sind furchtbar schlecht im Scheitern. Ist das denn dann dein Scheitern? Also wenn jetzt aus der Klasse, aus dem Klassenverband, 18 Leute, 20 Leute, also einer schafft es nicht, geht raus, verschwindet, sich auf Nimmerwiedersehen, ist das dann, würdest du dann zu dir sagen, du, Thomas, du bist gescheitert, du hast das nicht geschafft, den mitzunehmen? Nein. Ein klares Jein. Okay. Das kommt immer auf die Umstände drauf an. Das kommt immer auf die Umstände drauf an. Und du musst halt im Endeffekt Leute auch gehen lassen. Und meine Definition ist immer, ich habe ein Problem damit, wenn die Leute nicht aus, wenn die Leute nicht aus freien Zügen gehen, ja, oder es etwas ist, wo wir halt ganz klar sagen, diese Schullahnd ist nichts für dich. Weil ich habe ja gesagt, die Betriebstemperatur ist hoch und es gibt Menschen, die haben zu viele Defizite, jetzt rein wissensmäßig, leistungsmäßig und so weiter. Für die gibt es tausend andere Wege, wie sie das auch erreichen können, die menschenfreundlicher sind. Und dementsprechend sage ich dann auch, es ist vielleicht gut, wenn sie das jetzt hier lassen, bitte quälen sie sich nicht an dieser Schule, weil ich habe keinen Bock, sie zu quälen. Und du hast dann auf der anderen Seite aber dieses Ding, dass du halt eine gewisse Menge von Menschen verlierst, wo es niemandem schuld ist, außer, ja, und du dir dann schon die Frage stellst, wir haben Schulpsychologen, wir haben Angebote in der Richtung und trotzdem fliegt es dir um die Ohren. Da musst du das hinnehmen, aber es ist sehr unbefriedigend. Ja, aber gut. Was hat dich denn überhaupt bewogen, diesen Beruf zu ergreifen? Irgendwie musst du doch auch als junger Mensch mit dieser Idee gestartet, sein zu sagen, ich studiere jetzt Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, Englisch oder was auch immer, Pädagogik, was genau du da gemacht hast. Das ist so ein schöner Kontrapunkt. Ich war im Zivildienst in der mobilen Pflege, bin also durch die Gegend gefahren und habe älteren Menschen Essen eingegeben und sie gewindelt und sie gewaschen und ähnliches. Und in der Zeit habe ich festgestellt, okay, anscheinend kann ich relativ gut auf so einer sozialen Ebene Leute weich kochen, ja, also da irgendwie eine Beziehung aufbauen und dann halt einfach so durch Anwesenheit irgendwie dazukommen, dass es denen besser geht. So, das ist so die Idee. Die zweite, die zweite wichtige Idee ist, ich wollte immer in der Schule auf dem Tisch sitzen, das mache ich auch heutzutage regelmäßig, ja, weil ich gehöre zu der Gruppe, die darf. Und die Fächer, das war ganz einfach. Ich habe mir damals überlegt, Englisch kannst du und Sozialkunde ist doch so ein Fach, das kannst du mit einem Stapel Karteikarten unterrichten, da hast du nicht so viel Aufwand. Das hast du, glaube ich, bei Holgi mal erzählt. Mit dem Karteikarten komme ich gerade bekannt vor. Ja, ja, egal, erzähl nochmal. Ich erzähle überall dieselbe Geschichte. Ja, du bist ja auch immer derselbe Mensch, ist ja kein Wunder. Ja, klar. Der Joker erzählt überall andere. Und der Witz ist, Sozialkunde ist das Fach, wo ich alle zwei Jahre ungefähr den kompletten Unterrichtsaufbau neu mache, ja, und Englisch unterrichte ich seit zehn Jahren denselben Scheiß mit denselben Zettel. Weil da ändert sich halt nichts. Und wenn du einmal irgendwie das Zeitensystem erklären kannst, dann kannst du das Zeitensystem halt erklären und dann weißt du, was funktioniert, dann weißt du, was nicht funktioniert und wie du das machen sollst und so weiter und so fort. Und nachdem Englisch ein Prüfungsfach ist und es darum geht, die Leute für die Prüfung fit zu machen, hast du halt einen sehr engen, wohl definierten Korridor, in dem du dich bewegst. Ja, also truth be told, wir bringen den Leuten bei, wie sie ein Englischfach-Abi lösen, nicht wie sie, ja, ob sie dabei mehr Englisch lernen, ist eine komplett separate Frage. Aber sie können danach sehr gut ein Englischfach-Abitur lösen. Wenn sie irgendwann mal in den USA sind, können sie vielleicht nichts zu essen bestellen, aber wenn denen jemand ein Englischfach-Abi hinlegt, das können sie. Examination-Driven Learning, so heißt das, glaube ich, also du lernst wirklich nur auf die Prüfung hin. Auf der anderen Seite ist das, was die Gesellschaft von uns verlangt, die berufliche Oberschule macht 40 Prozent der Hochschulzugangsberechtigung in Bayern, deswegen kann man sich da so ein elitäres Gymnasium leisten. Okay. Ja, aber bist du denn jetzt, also, deine Erwartung, mit der du in deinen Beruf gestartet bist, und ich habe keine Erwartung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Ding für andere Leute, ich hatte keine Erwartung, wie ich in meinen Beruf gestartet bin. Ich habe fünf Minuten vor meiner Beamtung mitgekriegt, dass man da verbeamtet wird. Und dann musste ich erst mal nachgucken, was das heißt. Sie dürfen nicht tätowiert sein. Der Zug war schon weg. Ja, die, und das war auch kein Problem. Während, ich habe, ja, Kommilitonen hin, gehabt, die hatten schon die komplette Lebensplanung fertig. Inklusive, wann sie nach der Lebenszeit vor Beamtung schwanger werden. Ja. Und ich stand so daneben und dachte mir, okay, whatever. Und, und das ist eine, eine lange Verkettung von glücklichen Zufällen, dass ich an dieser Schule gelandet bin. Ich glaube, ich bin da richtig. Ja, und, ähm, jetzt hänge ich da halt rum. Also, ich hatte mal eine Uni-Dozentin, die hat, die, die hat leicht, leicht, exasperated, ja, das war eine englische Dozentin, so, so leicht, so leicht verzweifelt, mich gefragt, don't you have any ambitions? Und ich stand so neben mir und sagte, nee, nicht wirklich. Brauchen wir das? Sollen wir das haben? Ist das nicht ungesund? und damals, damals war, damals, damals, damals ging es mir nicht wirklich gut, ja, und heutzutage ist das halt so, ich denke, naja, also, dieses, dieses Spiel mit, ähm, du willst irgendwo ankommen, du willst irgendwas erreichen, keine Ahnung, muss man das spielen? Ist das wichtig oder so? Reicht das? Ne, und ich meine, ich rede natürlich aus einer furchtbar privilegierten Position, in die ich mehr oder minder aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen reingestolpert bin, ja, und, und, ähm, dann, dann stehst du halt so da und denkst dir, okay, das, das ist, das ist jetzt hier irgendwie mein Leben, ja, okay, und, und jetzt, jetzt kommen dann hin und wieder immer so Leute, die haben so implizite Erwartungen an dich und stehst so daneben und kratzt dir an den Kopf und denkst dir, okay, äh, muss ich das jetzt hier tun? Ja, ja, ich bin da furchtbar schlecht drin. Aber Ambitionen, also, Ambitionen hast du ja, du hast ja, also, bist ja, hast du ja ein gewisses Sendungsprozessorien, Sendungsbewusstsein. Ich glaube, jeder, der sich öffentlich in ein Mikrofon, äh, Quatsch, in ein Mikrofon ergibt, ähm, jeder, jeder Mensch, der öffentlich in ein Mikrofon spricht oder sich, äh, zum Beispiel auch mit Holger Klein einlässt, der hat schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, oder nicht? Das hat, das hat ja Mirko in der Sendung selbigen Namens auch die ganze Zeit behauptet. Aha. Und, und ich habe selbst nach größeren Mengen Alkohol nicht verstanden, was er damit meint. Ähm, aus meiner Sicht ist das alles ein Zufall, dann habe ich halt einfach weitergemacht. Okay, ja, okay. Das, ja, das Problem ist immer, dass jetzt die Leute alle denken, boah, der kokettiert da rum und so. Nein, das ist es wirklich nicht. Ja, also, also, ähm, das hat sich natürlich auch verändert. Also, wie hat das alles angefangen? angefangen hat das damit, dass Holgi irgendwann mal noch Hörertalk gemacht hat als Podcast. Lang, lang ist es her. Die Alten unter uns erinnern sich. Und dann habe ich, Holger ruft an, also das ganz alte Holger ruft an? Genau, das alte Holger ruft an. Ja, wo Tobi Bayer auch dazu gestoßen war. Und dann habe ich ihm mal angeschrieben und habe gesagt, wollen wir mal über politische Bildung reden. Da haben wir zwei Stunden über politische Bildung geredet und im Nachgang kamen die Leute zu mir und haben gesagt, hier, ähm, der Typ kann das ja halbwegs erzählen, ja, wir würden das eigentlich gerne mal, ähm, wir würden das eigentlich gerne mal irgendwie in, in lang, ja. Da habe ich gesagt, naja gut, dann erzählen wir halt einfach den Lehrplan der, der zwölften Klasse, berufliche Oberschule und der Bonus-Benefit ist, dass ich meinen kompletten Unterricht, ja, äh, als Podcast habe. Genau. Und der Deal mit, und der Deal mit Holger. Du brauchst nur noch den Podcast abzuspielen, genau, also du, ähm, setzt dich auf den Tisch, machst den Rekorder an und lässt die Schüler zuhören, Schülerinnen zuhören. Du, du wirst lachen, ja, aus, äh, aus den Umständen, über die wir nicht sprechen werden, war das im letzten Jahr eine, ich, ich bin glaube ich, der einzige Sozialkontor-Lehrer Deutschlands, der einfach sagen konnte, also meine Damen und Herren, der Distanzunterricht ist in diesem RSS-Feed. Hier ist mein Archiv. richtig, und da drüben ist ein Blog, wo es zu jedem Eintrag, einen von mir geschriebenen Blog-Eintrag gibt und den müsst ihr nur auswendig lernen. Und ich hatte schon immer Leute, also ich biete das der Schülerschaft schon seit Jahren an, ja, wir sind ja auch jetzt schon länger mit, mit den Grundlagen fertig. und dann habe ich halt zu denen nur gesagt, das gibt's alles und ihr könnt für die, für die Leistungsnachweise, könnt ihr euch das anhören und ihr könnt die Texte lesen, weil das ist ja von jemandem, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass der Quatsch erzählt hat. Ja, und dementsprechend bin ich schon in einer, also das ist, das ist eines der größten Privilegien an der Stelle. Und dann haben wir das halt gemacht. So. Und dann hatte ich hier irgendwann, dann war Holger nicht mit der Audioqualität zufrieden und hat mich zu Technik gezwungen und dann stand hier halt so ein Mikrofon rum und habe schon mir gedacht, naja, kannst du ja ans Internet labern. Dann habe ich ins Internet gelabert. Dann kam irgendwann der Christoph Herburg an und meinte, wollen wir nicht über Schule reden und dann gab es Schulsprecher. Dann habe ich mir irgendwie Blog-Einträge mit der Jennifer und dem Christoph hin und her geschrieben und wir kamen so auf die Idee, boah, das können wir doch eigentlich auch als Podcast machen und dann gab es das soziologische Kaffeekränzchen. Dann saß ich irgendwann mal auf dem Kongress rum und wir wollten Schulsprecher machen, aber der arme Christoph war krank und dann habe ich mir gedacht, jetzt machen wir endlich mal diese Lernfragensache, damit ich nicht hundertmal dasselbe erzählen muss, erzähle ich das jetzt einmal ins Internet. Und dann gab es diese Lernfragensache. Und dann irgendwie hat sich das halt so entwickelt. Weltenwanderer hätten wir noch im Allem. Ja, Weltenwanderer haben wir noch. Wir haben noch ein paar Sachen mehr. Weltenwanderer war, ich wurde vor Jahren schon darum gebeten, mal im Privatkanal, es gibt noch den Privatkanal, der Privatkanal ist einfach ein Privatkanal. Da läuft eine sinnlose Tagebuchfolge jede Woche und hin und wieder mache ich Sachen, die mir Spaß machen und manchmal ist es ein Podcast-Inkubator. Und ich habe dann halt irgendwie mir gedacht, ich wurde gefragt, ob ich nicht mal Harry Potter lang bespreche. Ich habe mir gedacht, alleine will ich das nicht. Also habe ich Andrea gefragt. Andrea ist, Andrea Bottlinger, ist eine Autorin, Schriftstellerin, schreibt hauptsächlich heutzutage historische Romane und Frauenromane und ist eine alte Freundin von mir. Und die habe ich halt gefragt, hast du Bock mit mir, über Harry Potter zu reden? Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben die Harry Potters durchgesprochen. Und ich habe die Harry Potters noch gelesen und Andrea und ich passen halt sehr gut zusammen, weil wir sind so beide so ein bisschen abgefuckte Literaturwissenschaftler. Ja, also ich glaube, ich glaube, der Blick, den wir in Weltenwanderer haben, der ist insofern etwas anders, als dass wir definitiv zwar wohlwollend sind, aber keine Fan-Podcasts machen. Also wer die aktuelle Star-Wars-Folgen so hört und Star-Wars-Fan ist, atme bitte tief. Ja, weil das ist schon so ein bisschen dann irgendwann, wir sind nicht unbedingt gnadenlos, aber wir sind halt so in diesem, boah, hey, könnt ihr das nicht mal gut machen? Ja, aber das ist doch nicht durch Zufall, ne? Also weil du gerade sagst, was ich mache, ist aus Zufall gekommen. Wenn du dann in die Kritik gehst. Ja, wieso Andrea hätte auch Nein sagen können. Ja, ja, aber wenn du jetzt aber inhaltlich so, du nimmst dir was vor und du reibst dich daran und dann gibst du deine Meinung und gibst dir jetzt gerade auch die Warnung, also wer es mag, sollte mich lieber nicht hören und so weiter. Naja. Das ist ja nicht Zufall, das ist ja schon irgendwie von innen, dann, du brennst doch dafür, du willst das doch, du hast doch den Antrieb dafür. Das ist doch kein Zufall. Du unterschätzt mein Imposter-Syndrom so stark. Ihr unterschätzt das alle so stark. Das kann so sein. Und ihr unterschätzt auch meine Bereitschaft, das alles einfach hinzuschmeißen, ja. Oh, oh. Och nö, die kenne ich zu gut. Die kenne ich zu gut. Das, man kann alles tun und man kann auch alles lassen. Das kenne ich sehr gut. Das ist, das ist, das ist, das da, ich glaube da, ich habe keinerlei Verpflichtungsgefühl gegenüber dem Publikum. Also ich habe Verpflichtungsgefühl gegen, ja genau, aber Dinge laufen halt auch aus. Also das ist zum Beispiel so eine interessante Sache. Neben Weltenwanderer, wie gesagt, war jetzt das letzte. Zwischendrin haben wir noch die Landpartie gemacht. Das war mit Andrea Diener, die ich halt über Holgi kenne. Achso, die Frau Diener verreist irgendwo hin, ne? Genau, also, also der Witz war, Andrea Diener ist eine große, ein großer Fan Thüringens, meiner Heimat. Ja, und wir haben irgendeine, die war in Goda. Und twitterte dann Bilder und so. Und ich natürlich, ja hier, das kenne ich schon, da war ich mit Opa und so, ja. Und und dann haben wir halt irgendwie aus Witz auf Twitter gesagt, wir könnten doch eigentlich eine Podcast-Rundreise durch Thüringen machen. Allein schon, damit ich mal mit meiner Heimat versöhnt werde, weil da gibt es noch offene Wunden. Aha. Und dann haben wir uns letztes Jahr darauf geeinigt, ne? So im Sommer, im Sommer, ja, so Sommer 2020. War ein bisschen strange, aber hat super funktioniert. Und wir hatten Unterstützung von der Thüringer Tourismus GmbH, die uns so die Hotels und die Route zusammengestellt hat. Und dann sind wir halt eine Woche durch, ähm, das ist nicht, das ist alles nicht so royal, wie es klingt. Aber es war sehr nett. Und ich kann ja sagen, im ländlichen Thüringen als Vegetarier bist du am Arsch. Ja, okay, das, äh, ich hab das nach, nach, ja, nein, nach drei Tagen, nach zwei Tagen war der Zug weg und ich hab gesagt, ach komm, weißt du, für die Woche, genau, für die Woche, das ist, das kriegst du nicht hin. Ja, das, ähm, und sind wir eine Woche durch Thüringen gefahren und ich hab hier irgendwie mit zwei, mit, mit zwei iPhones und zwei Lavalier-Mikrofonen haben wir halt das aufgenommen. Und natürlich, da wir das durch den Thüringer Tourismus gemacht haben, haben wir halt tolle Gesprächspartner bekommen, ja, also du hast halt dann die, die Chefs von den einzelnen Museen und so und wir sind da durch die Gegend gelaufen im Kiffhäuser und so, ja, und, ähm, haben halt dann auch viele Sachen entdeckt und die auch überhaupt nicht so, die, die halt überhaupt nicht zu diesen Bildern passen, die auch ich teilweise von den Sachen hatte, ja, also es war sehr spannend und das war aber eine Miniserie, also es war halt auf diese Woche angelegt und das war's. Das haben wir noch gemacht und ich meine, das ist auch ein Witz und dann ganz unten auf der, also auf meiner Sammelwebsite, ganz unten ist ja noch der Podcast von meiner Schule, ja, den ich dann, dann, dann auch noch mache. 17 Ohm? 17 Ohm, weil die Schule ist in der Ohmstraße 17 und das ist, das ist so richtig sanktioniert und ich habe mir auch, ich habe auch auf die, auf die, auf Schulkosten, ich habe der Schule tatsächlich einmal, einmal, einmal Edel Equipment aus dem Kreuz geleiert, ja, also wir haben so einen Zoom, Zoom Live Track L12 mit vier Tim Pridlaw Gedächtnis Setsets und allem dran und drum, was wir halt auch in der Schule auch benutzen, also wir machen ja heutzutage Audioaufnahmen tatsächlich als Unterrichtsproduktionsformate und so, man macht eine Gruppenarbeit und dann nehmen die Leute dann am Ende eine Podcast-Folge oder eine Audioaufnahme auf, weil Podcast ist es ja nur mit RSS und so und deswegen haben wir aber eine geile, haben wir eigentlich auch geile Hardware, weil wir nämlich festgestellt haben, dass dieses, was jetzt Lehrkräfte sehr gerne machen, die sagen, ja, dann nehmt ihr halt was auf und dann nehmt ihr euer Handy, das enttäuscht die Schülerschaft ganz schlimm, weil die haben dann halt das Ergebnis, von dem wir jetzt, die so ein bisschen professioneller sind, wissen, das macht halt keinen Spaß, du willst dir das nicht anhören, du möchtest nicht, du möchtest nicht deine Audioaufnahme, die irgendwie so zu Tode komprimiert ist, rauscht und unterschiedliche Lautstärken hat, möchtest du nicht vor der versammelten Klasse vorgespielt bekommen, weil da fühlst du dich wie ein Horst, egal wie gut das inhaltlich ist. Und die Erfahrung mit der Technik umzugehen und so weiter und sowas auch zu planen und jetzt in so einem Gespräch hier locker zu sein, ist ja auch eine wichtige pädagogische Erfahrung. Naja, und ich hab das ja, 17 Ohm hab ich halt als, als im Endeffekt Marketingmittel. Wir sind, wir sind keine Pflichtschule, wir müssen ein bisschen klingeln für unsere Leute, warum nicht der Weg? Ja, und ich kann halt halbwegs gerade ein Mikrofon reden und ich hatte jahrelang jetzt einen Kollegen mit dabei, der hat aber die Schule gewechselt, also das war mein Moral, mein Morality-Pad, das darauf aufgepasst hat, dass ich nicht ganz schlimm bin. Und das ist jetzt zum Glück weg. Das ist jetzt zum Glück weg, ja. Und jetzt, aha, jetzt, jetzt verschwinden auch die Schüler. Und die Schülerschaft macht jetzt das mit mir. Also ich hab dieses Jahr tatsächlich drei oder vier SchülerInnen dafür gewinnen können, die das mit mir machen und die Themen haben sich halt geändert. Also wer wirklich mal so in, wer wirklich mal so in das Leben, in das Schulleben von uns reinhören will, ja, also wo halt ich auch als Lehrkraft dann so ein bisschen so zwischen den Stühlen stehe und halt auch das System vertrete, aber gleichzeitig halt auch das verhandeln muss. Ja, wo aber auch klar ist, das ist halt echt, ja, also wir verhandeln da halt auch mal Sachen, die Hälfte der Sachen schneide ich auch einfach mal weg, ja. Also, also, also die Posts und die Freeshow, die da, die kann ich aus verschiedensten Gründen, werde ich das nicht veröffentlichen können, ja. Ja, 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 klar. Weil da ist alles dabei, inklusive, inklusive, eine längere Besprechung des Kollegiums, ja, so und solche Sachen, was man halt so macht, ja, wenn man, das ist, das ist ja vollkommen normal, das muss man, das ist, ne, das ist ja menschlich alles, kannst du halt nur nicht senden, das ist, das ist vollkommen in Ordnung, aber, man verhandelt dann halt auch, ja, es ist halt so ein bisschen anders, du verhandelst das raus und gleichzeitig muss ich halt viel mehr reden, weil die Schülerschaft, ähm, natürlich so ein bisschen Problem hat, den Rollenwechsel hinzukriegen, ja, die sind jetzt aber auch besser geworden darin, ja, dass sie, dass sie halt feststellen, okay, man kann, also gerade mir kannst du halt auch alles mögliche an den Kopf werfen, man kann mir auch an der Arbeit als Lehrkraft, äh, alles mögliche, inklusive flotte und freche Sprüche an den Kopf werfen, weil ich grundsätzlich sage, ich habe das verdient, ja, also, ja, das, man kann mir halt auch, äh, wirklich relativ viel sagen, weil ich da eigentlich kein Problem mit habe, ja, es gibt bestimmte Sachen, die sind ehrenrührig, aber ich mache einen ganz klaren Unterschied zwischen, ich bin, ja, ich habe jetzt hier meine Lehrerrolle und ich habe jetzt hier meine Lehrer-Funktionsrolle und so und ich habe dann noch, es gibt halt noch eine soziale Interaktionsrolle und die sind unterschiedlich und manchmal muss ich halt dann einfach sagen, ey, das ist hier nicht gut und das ist Quatsch und bitte machen Sie das anders, ja, und fünf Minuten später kann man aber gemeinsam dann halt sich auch über irgendwelchen Quatsch unterhalten, ja, und die Schülerschaft weiß, das ist vollkommen in Ordnung, da, da passiert mir nichts, und das ist bei 17 Ohm genau dasselbe, bei 17 Ohm gibt es keinerlei Konsequenzen hinten raus und wenn es da, wenn da Sachen drin sind, die Konsequenzen hätten, dann schneide ich die raus, und es ist aber ein interessantes Experiment, weil eigentlich ist es an unserer Schule unheimlich hart, so ein Projekt, so ein Schülerprojekt zu starten, weil ungefähr drei Viertel der Schule jedes Jahr abgeht, ne, die Leute kommen drauf, machen in einem oder zwei Jahren ihr Abi und gehen wieder, damit hast du natürlich, ne, damit hast du natürlich einen unheimlich hohen Durchlauf, und das heißt, ich muss jetzt jedes Jahr mir neue Leute zusammen klicken, ansonsten muss ich das allein gestalten, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Aber was mir gerade aufgefallen ist, du hast es mehrfach zitiert, du siehst deine Schüler, also du duzt sie nicht, sondern du siehst sie, Ich sieze meine Schüler und spreche sie mit dem Nachnamen an. Wir sind verpflichtet, die SchülerInnen zu siezen, weil die alle über 16 sind, das gehört dazu, nachdem ich aber diese Sie mit Vornamen für eine absolute furchtbare Unsitte halte, die mir selber auch übelst auf den Sack gegangen ist, sieze ich meine SchülerInnen und Schüler und spreche sie mit dem Nachnamen an, weil dasselbe machen die mit mir, und dann sind wir auf Augenhöhe. Und gerade weil ich jemand bin, der doch gerne so eine soziale Interaktion auch mit der Schülerschaft aufbaut, ist das auch total praktisch, weil da ist die Distanz eingebaut. Ja. Und das heißt, du kannst halt einfach, es ist in der Interaktion implizit immer klar, hier ist eine Distanz. Und das ist mit dem, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich die Leute geduscht, ich bin nicht alt genug und so. Dann habe ich irgendwann festgestellt, erstens, ich bin alt genug und zweitens, die Leute kriegen das nicht klar. Und deswegen... Ja, genau, das ist der Grund meiner Frage, weil du hast ja eine Rolle, du musst dich auch bewerten. Das heißt, du kannst den Schülerinnen und Schülern zwar auf einer Art und Weise, meinetwegen freundschaftlich oder auch, wenn vielleicht mal Probleme sind, du kannst sie, sag ich mal, du kannst sie auch mal in den Arm nehmen, also quasi eine Distanz überbrücken, aber trotzdem bleibst du ja immer irgendwie eine, du kannst dich nicht gemein machen mit ihnen, wirklich, weil du einfach eine andere Rolle da hast. Das kannst du vielleicht hinterher, wenn sie Abgänger sind, und du besonders persönliche Beziehungen aufgebaut hast oder so, dann mag das vielleicht gehen, aber solange du in diesem funktionalen Kontext hängst, also ich bin ja ein Mitarbeiter an einer Universität und habe gelegentlich auch mit Studierenden zu tun und ich habe mir für mich, ich habe genau aus dem Grunde gedacht, also ich möchte lieber diese Distanz halten. Bei ganz wenigen, wo ich intensiver mit zu tun habe, da kommt dann dieses kollegiale Du, weil die mir etwas Gemeinsames erarbeiten oder so, aber bei den allermeisten versuche ich dann doch auch, dieses Sie zu halten. Mit dem Hiwi zum Beispiel. Ja, ja, genau. Also ich sage dann, das ist eigentlich ganz wichtig, also einer der Sprüche, die ich dann auch immer sage ist, wenn die Schülerschaft irgendwie so ganz spezifische Interessenlagen hat, sage ich dann immer, ja und das ist eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen, wenn Sie Ihr Abi haben. Dann können Sie nach der Abi-Feier, können Sie kommen, können mir hier ein alkoholisches Getränk hinstellen, dann erzähle ich Ihnen das. Aber auch nur, wenn Sie danach nicht mehr an der Schule sind. Wenn Sie Ihr Fachabi kriegen und danach in die 13. gehen, erzähle ich Ihnen die Geschichte mit. Wobei mit den 13. Klässlern ist das halt so ein bisschen auch Verlängerung und das Verhältnis zwischen unseren 13. Klässlern und den Lehrkräften ist schon ein anderes, weil du bist schon mal da durchgegangen und das ist tatsächlich so ein bisschen, es ist ja auch so ein komplettes Missverständnis. Die Lehrkräfte und die Schülerschaft haben einen gemeinsamen Gegner. Es ist überhaupt nicht so, also ich erlebe das nicht so gegnerisch. Wir müssen gemeinsam etwas bewältigen. Wir stehen nur auf unterschiedlichen Seiten. Aber eigentlich steht der eine links, der andere rechts, aber der Feind oder der Gegner ist das Fachabitur. Und unsere Interessen sind auch dieselben. Ich habe ja kein Interesse daran, meine Schülerschaft durchzuschweißen. Nee, nee, klar. Machst du denn die Aufgaben für das Fachabitur oder machen das andere? Nee, das ist zentral. Das ist zentral, okay. Die mündlichen Prüfungsaufgaben mache ich, aber da ist natürlich auch so, da musst du dann halt auch gucken, wie du das machst. Die kannst du dann aber halt auch mal auf deine Pappenheimer zuschneiden. Und das macht halt auch so ein bisschen Sinn. Aber da sage ich auch immer, Leute, ich weiß nicht, also ich gebe mir mal das beste Mühe für euch, mündliche Gruppenprüfungsaufgaben zu machen, die sinnvoll sind, aber um Gottes Willen bereitet euch seelisch und moralisch darauf vor, dass ihr da, dass ihr was bekommt, dass ihr anguckt, ja, und ihr möchtet am liebsten über den Tisch speien. Ja, so, und dafür kann ich nichts und ihr könnt mir danach dann auch gerne eine Viertelstunde lang in den Ohren hängen, was denn das für ein Quatsch war. Das ist vollkommen okay, ich kann da nichts für. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Ich muss das vorher, ich habe hier eine Struktur an, die muss ich mich halten und ich versuche was zu machen, was euch was sagt. Und wenn euch das nichts sagt, sorry, kann ich nicht riechen. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn du eine Gruppenprüfung hast. hast du das mitbekommen von den Abiturienten, die sich jetzt beschwert haben bei irgendeinem zeitgenössischen, bei dem armen Menschen von der New York Times, den sie angekackt haben, weil sie den Text nicht verstanden haben. Mein Verständnis war sehr niedrig. So großartig, so großartig. Vor allen Dingen, vor allen Dingen den armen Menschen, den anzukacken dafür, dass irgendjemand da hingegangen ist und diesen Text, diesen Text mit Aufgaben versehen. Ja, es ist einfach so heiß. Und heute habe ich gelesen, irgendwie gibt es eine Petition gegen ein schweres Matheabitur. NRW-Schüler schließen sich zusammen und legen Schwerde ein gegen zu schwere Mathematikaufgaben. Die wissen auch schon vorher, dass sie zu schwer sind. Das finde ich spannend. Es wird regelmäßig das Mathe-Abi hochkorrigiert. Letztes Jahr in Schleswig-Holstein ist es wieder passiert. Und das Interessante ist, es gibt zentrale Abitur-Pools. Es gibt zentrale Angaben und so und da gibt es eine Riesendiskussion, die fangen wir jetzt hier gar nicht an. Ich stecke da auch nicht drin, weil das ist Gymnasialzeug. Wie angemessen und nicht angemessen das ist. Aber da klaffen ganz viele Sachen auseinander. Also das ist noch eine eigene Geschichte. Die fangen wir gar nicht an. Ich würde gerne so, um auch ein bisschen auf die Zielgerade zu kommen. Du hast gerade von dem Zoom L12 und den vier Headsets erzählt, aber das ist das Gewippenment, was an der Schule steht. Was benutzt du selber? Ein Zoom L12 mit zwei Headsets. Ah, du hast dir das privat auch geleistet. Ich habe mir das privat auch geleistet. Und wie kommst du damit zurecht? Lars, du hast doch das auch. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Oh, jetzt brummst du wieder. Ich brumme. Ja. Ich komme noch mal rein. Genau. Ich habe mir das, ich hatte vorher, ich hatte vorher so ein Rode M3 mit einem Schuh, hier mit diesem kleinen Schuh, X2 irgendwas. Und das hatte mir Holgi in die Hand gedrückt, weil er das nicht ertragen konnte. Im Übrigen, kennst du das große Geheimnis, warum die Politikunterrichte so lange dauern? Nein. Weil wir haben das schon gesagt, wir haben das schon mehrfach erzählt. Also das ist. Ich würde nicht regelmäßig gestiegen. Nein, nein, nein. Ganz am Anfang habe ich mich mal reingehört. Wir haben, wir haben, ja. Ich neige ja dazu, hundertmal anzusetzen. Insbesondere, wenn ich konzentriert bin oder nicht ganz so konzentriert bin. Das ist halt immer eine Frage des Tageszeitpunkts und so weiter. Heute Abend habe ich irgendwie nicht so Probleme. Auf jeden Fall, möchte mich Holger halt möglichst gut dastehen lassen. Das ist seine Aussage. Ich sage, er muss es nicht tun. Also das ist auch so. Ja. Und deswegen schneidet er da sehr viel dran, weil er ein wirklich gutes Produkt haben möchte. Das ist auch so ein bisschen sein Ding. Aber das dauert halt natürlich furchtbar lange, weil, also er schneidet halt sowas hier raus. Und so. Und deswegen klinge ich in den Politikunterrichten immer besonders, ja, weil Holger da dieses doppelte Weil zum Beispiel gerade sowas rausschneidet. Ach Gott. Echt? Ja, das ist, das ist eine Sache, ich respektiere das vollkommen. Ja, genau. Das ist vollkommen okay. Und ich finde das, ich finde das auch toll, dass er sich die Mühe macht und dass er das, dass er das gerne so möchte. Und es ist halt nicht zeitkritisch. Ja, also wir machen ja jetzt nur Politikphilosophie. Ja, und das ist überhaupt nicht zeitkritisch. Ja, das brauche ich auch nicht für einen Unterricht oder so, dass ich jetzt sage, um Gott, das muss mal alles da sein oder so, sondern es ist halt wirklich, der Leistungskurs ist Bonus. Im Übrigen, also wenn man, wenn man den Politikunterricht mag, kann man gerne mal dieses Besäufnis mit Quiz vom Kongress vom 35C3 oder vom 36C3. Ja. Das ist ja schon eine Weile her, ja. Ja, ja, das war schön, der Salmiyaki, das war ein Attentat allererster Güte. Ich mag das Kritzen und das Zeug war echt gut. Alter Vater. Schlimme Dinge. Holger hat mir die ganze Zeit unterstellt, dass ich boshaft bin. Also das stimmt überhaupt nicht. Mir ist das, meine Seele ist rein, ich habe, ja, ich habe sie nie benutzt. Nee, also, ja, Equipment ist das, ich habe mir jetzt hier noch so ein Stream Deck zugelegt, weil das ja mit Ultraschall funktioniert, das ist aber auch so ein bisschen gimmicky, aber es ist ganz nett. Ja, und ansonsten. Das ist so ein Schaltpult, Ja, verschiedene, wo man so Knöpfchen dran hat und so und das, ja, und 17 Ohm, interessanterweise, hat das, hat das dickste Audio-Paket, weil das halt die Schule bezahlt hat und da habe ich halt so einzelne Trenner und so und das ist ganz nett. Es war auch nicht so teuer. Aber das, 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 das S12, das nimmst du dann auch mobil mit? Also das ist jetzt nicht so unhandlich, dass du das irgendwie stehen hast? Ich habe hier so eine graue, ich habe hier so eine graue Kiste, dass ich auch das mobil mitnehme, aber wenn ich jetzt mobil aufnehme, nach der Erfahrung mit Andrea Diener, würde ich tatsächlich meine zwei iPhones mitnehmen und meine zwei Lavalier-Mikrofone und da gibt es den Apogee Meta-Rekorder, der diese Dinger synchronisiert. Das heißt, der nimmt synchron auf und du kannst sie dann einfach in Ultraschall reintun und übereinander ziehen. Und das würde ich mitnehmen, aber ich bin halt eigentlich nicht mobil unterwegs. Also ich weiß nicht, wann ich mal eine mobile Aufnahme mache. 95 Prozent der Sachen mache ich von daheim über Studio Link. Was wir halt früher mit 17 Ohm gemacht haben, als es ging, war, dass wir die Aufnahmen im Schulgebäude gemacht haben mit Atmo im Hintergrund und Schülerschaft im Hintergrund. Ja, und teilweise auch mit denen während der Aufnahme einfach geredet haben, was total lustig ist. Ja, und das würde ich auch wieder machen. Also bei 17 Ohm würde ich das Equipment in der Schule nehmen und würde dann halt mich mit der Schülerschaft irgendwo in Klassenraum oder vielleicht sogar ins Foyer setzen und würde das dort aufnehmen, weil das macht halt Spaß. Und es bietet gerade diesem Format ein Flair, was halt auch so ein bisschen funktioniert. Also bei der Landpartie saßen wir halt dann immer in irgendwelchen Hotelgärten rum im Sommer und haben dort gesprochen und das war eigentlich, an bestimmten Stellen brauchst du das. Ja, das gibt ganz viel, auch fürs Reden selber. Du hast eine schöne Leichtigkeit. Also ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich an so freien, an so offenen Orten dann mit einer gewissen Leichtigkeit sprechen kann. Und damit auch die Begeisterung, die ich für den Ort gerade spüre oder so, dass es sich in der Stimme auch widerspiegelt. Das ist schon richtig. Ja, ich finde vor allen Dingen ein Schul-Podcast darf durchaus nach Schule klingen. Ja, natürlich. Schule ist ein bisschen, ja gut, eure Schule, eure Schüler sind jetzt schon erwachsen, da sind nicht ganz so über Tisch und Bänke gesprungen, aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen Lebensraum ist das ja schließlich auch. Ja, das gongt auch mal im Hintergrund und so. Ja, das finde ich nicht ganz wichtig. Ja, genau, genau, genau. Schön. Aber ansonsten, alle anderen sind ja weit weg, dementsprechend ist das alles relativ weit weg. Nee, ich bin damit sehr glücklich. Also das ist, glaube ich, auch so das Equipment, das ich jetzt ungern ersetzen würde. Ich brauche immer ewig, um mir irgendwie so ideale Dinge zusammenzubasteln, wo ich dann mit glücklich bin, aber wenn ich dann mit glücklich bin, dann will ich es auch nicht mehr ändern. Das hat aber auch sehr viel, ich habe ja vorhin schon so Serendipity-Effekte. Du kommst halt, das fällt halt alles so ein bisschen dahin, wo es hinfällt und dann gehst du weiter. Fügung durch Zufall. Ja, sorry, ich bin absolut schlecht für Visionen. Oder so, was heißt für... Ich würde ganz los ein bisschen zum Ende kommen mit der Gartenbank, aber eine Frage hätte ich noch. Wenn dich jetzt jemand akustisch kennenlernen möchte, also mehr als das, was wir jetzt hier gemacht haben, welches deiner Formate würdest du als Einstiegsformate empfehlen? Tatsächlich den Vrind, Politik-Podcast oder 17 Ohm oder was anderes? Die Antwort ist, das hängt davon ab, was dich interessiert, oder? Ja, okay. Das ist ein schöner Titel. Es hängt davon ab, was dich interessiert. Was ich nicht empfehlen würde, ist dieses Tagebuch-Dingsbums, also Hörchaos, weil das hat 500 Downloads. Ich frage mich ja immer, wer das hört. Es gibt mehrere Menschen, die mir sagen, dass sie das irgendwie interessant finden und ich frage mich immer, warum. Aber gut, ihr dürft das alle hören, ja, ich weiß nicht. Als ich übrigens zum Ende des Jahres das einstellen wollte, kamen tatsächlich Menschen aus der Versenkung und meinten, nein, bitte nicht. Okay. Es gibt anscheinend auch Leute, die wollen das dringend hören, wollen das dringend hören, weil ich mich regelmäßig aufrege und so ein bisschen rante. Dann braucht man das nicht selber zu tun, ist ja auch schön. Kann man sich immer alles aufregen lassen. Ja, das ist immer, da kannst du, du kannst wunderschön an dem Ding wahrscheinlich abzeichnen, wie emotional im Eimer ich bin. Nee, also wenn dich Literatur und so Fantasy und so weiter interessiert, dann fang mit Weltenwanderer an. Wenn dich Schule interessiert und zwar wie Schule funktioniert, dann hör Schulsprecher. Wenn dich Gesellschaft interessiert, dann hör das soziologische Kaffeekränzchen, bis zu unserer Pausenfolge, wir kommen irgendwann wieder. Wenn du spezifische Fragen darüber hast, wie verschiedene Dinge in der Schule funktionieren oder so eine Perspektive auf Unterricht haben möchtest, dann hör Lernfragen. Wenn du dringend wissen willst, wie das Politiksystem in Deutschland funktioniert, geh zu Holgi, höre Wrint. Das ist, glaube ich, da die Antwort. Super, super Antwort. I'm just a provider. Ja, aber das ist eine super Antwort. Damit kann jeder, glaube ich, gut anknüpfen und dann sich noch mal intensiver mit deinem Werk auseinandersetzen. Schön. Mit meinem Werk, ach komm. Ja, mit deinem Werk. Mit deinem, was du so geschaffen hast. Ja, immerhin haust du mir nicht meine Aussage von vor zwei Stunden um die Ohren, dass man sich positiver sehen soll. Das finde ich gut und nachdem ich das jetzt weggenommen habe, tun wir das auch nicht. Willkommen von der Gartenbank runter. Ich danke dir für deinen Besuch und auch dafür, dass du dich selbst gemeldet hast. Du hast ja die Aufforderung sozusagen gehört, dass man hier auch nicht nur darauf wartet, bis wir jemanden einladen, sondern man kann auch mal sagen, ich hätte hier Lust bei euch unter dem Baum zu sitzen, Gartenbank zu sitzen, auf der Gartenbank zu sitzen. Ich habe schon gesagt, ich habe mich in den Sendegarten gejammert. Ja, du hast so ein bisschen indirekt kommuniziert, was ich ja gerade schon so, die direkte Ansprache hätte ich vielleicht besser gefunden, aber gut, wir haben es ja trotzdem verstanden und darauf reagiert. Ein bisschen jammern hilft manchmal eben auch. Na, für mich ist da der Unterschied, wenn jemand gesagt hat, dann probierst du, dann hätte ich dir noch eine Nachricht geschrieben. Also das ist nicht so das Ding. Was ich lustiger fand, war das der Björn der Meinung, dass ich da schon länger auf der Liste stehe. Das glaube ich zum Beispiel nicht eine Sekunde. Wenn ich dir doch damals gesagt habe, ich muss mir den zurechtlegen. Ja, was heißt denn das eigentlich? Das sage ich dir nicht. Das ist, was das eigentlich heißt. Das Lustige ist ja so ein bisschen, ich denke immer so, dass ich so B-Prominenz bin. Und dann hast du irgendwie dieses Hörertreffen mit Holgi auf dem Kongress und du denkst dir so, okay, die sind doch jetzt nicht alle wegen mir da. Zum Glück sind sie das auch nicht, ja, aber dann stehen da trotzdem irgendwie fünf bis zehn Leute rum. Und das ist total eigenartig, ne, also du hast ja diese, diese Asynchronität des Podcastens, ne, dass du im Kopf von unheimlich vielen Leuten bist und du sitzt ja einfach nur so vor diesem Computer rum, ja, und, und, und redest da halt einfach. das macht es halt immer so ein bisschen eigenartig, ja, aber gut. Ja, aber kann man wahrscheinlich auch ein psychologisches oder ein pädagogisches Modell drauflegen, also nachvollziehbar ist das schon. Das, ja, ja, klar, das ist, das ist relativ logisch. Also das gibt's, das gibt's halt auch so, ja. Genau. Gut, dann lass uns mal ins Querbeet gehen, wir haben da nur heute nur ein Thema, aber wir haben glaube ich hinten in den Sitzlingen und so weiter ein bisschen mehr. Du bleibst aber bei uns, ne, also immer wenn das Gespräch Schleifen macht, wo du dich einbringen kannst, bring dich bitte einfach gerne ein, dann bleibst du einfach bei uns. Ich versuche jetzt weniger zu reden. Oh, das ist nicht unbedingt nötig. Die anderen werden jetzt einfach dagegenhalten. Pass mal auf. Komm, wenn's querbeet. So, Technik haben wir heute nicht so viel, außer einem Lars, der so ein bisschen vor sich hin brummt. Sag mal was Lars, hallo? Was, hallo? Ja, da bist du wieder glasklar. Tja, jetzt, mal gucken, für wie lange. Weißt du, woran es liegt, dass es mal so und so mal so? Keine Ahnung. Das ist ein neues Phänomen, das ich von meinem Setup gar nicht kenne. Hast du mal reingehört, ob das lokal schon passiert oder? Also, den Echo-Test und das alles war prima. In die Aufnahme von mir selber habe ich nicht reingehört. Nein, ich habe die einfach laufen lassen. Hm, seltsam. Hypothesen, Sebastian? Noch keine genaueren. Also, das ist halt die Frage, wo das jetzt entsteht in der Kette. Das wäre schon mal der wichtigste Anhaltspunkt und dann könnte man genauer gucken. Wir können uns dazu ja noch austauschen. Ja. Ich würde gerne hören, was er spekuliert, aber gut. Wenn es noch zu früh ist, ist es halb zu früh. Aber wir kriegen das beim nächsten Mal erzählt, bitte, ja? Übrigens, apropos erzählen, gibt es eine Lösung mit der Stromspeisung? Achso, nee, das hat zeitlich bisher gerade nicht, hatte ich noch keine Zeit weiter zu machen. Ja. Aber ich habe dir ja geschrieben, ich hatte einen Tag später, glaube ich, beim heißen Newsticker gelesen, dass da irgendwie Leute dem Kernel von Linux irgendwie was reinschreiben oder mitgestalten und so weiter. Und ich habe das nur verstanden, weil du mir das in der letzten Sintegarten-Ausgabe erzählt hast und erklärt hast, wie das funktioniert. die wollten weniger gestalten, als Dinge kaputt machen. Ach, genau das war das. Das war es. Ach, das waren die mit ihrem blöden Paper, ne? Ja, ja. Wo sich die Uni dann auch noch distanzieren wusste. Und ja. Ja, die wollten gucken, wie durchlässig das System ist, auch wenn man Quatsch erzählt, ne? So ganz einfach gesagt. Ja, genau. Also wenn man absichtlich Sicherheitsfehler einbaut, die da nicht hingehören, ob die dann angenommen werden und sozusagen auch da reinwandern, angeblich so, dass sie nicht irgendwie schädlich sind, aber ja, einfach eine Unart. Und damit hat man natürlich irgendwo einen Vertrauensbruch begangen. Und der ist dann auch nachhaltig gewesen, sodass diese Uni oder Personen von dieser Uni dann in nächster Zeit wohl nicht damit rechnen müssen, dass sie irgendwie da mitarbeiten können. Ob wie endgültig das ist oder so, das weiß ich nicht. Aber es, ja, hätte man sich vielleicht vorher mal darüber Gedanken machen können. Ich bin jetzt, ich bin jetzt total bejahend und zukunftslos sage, ach, da ist in zwei Wochen Gras drüber gewachsen und in einem halben Jahr unterrichten die alle wieder. Ja, im Zweifel gehen die halt mit der privaten E-Mail und dann, wenn es keinen Uni-Bezug hat, da werden die Patches ja trotzdem akzeptiert. Also das ist ja nicht so, dass da irgendwie großartig drauf geachtet wird. Das sei denn, es ist jetzt die Person in Namen, die da wieder auftaucht, beteiligt. Ja. Genau. Ja, kommen wir doch zu Last-Thema, oder? Zu Last-Thema? Ich weiß nicht mal, was Veras Thema ist. Achso, ist das... Ja, Vera ist noch in der... Ja, Lars hat die Karte hinzugefügt, deswegen bin ich dir nahe gekommen. Vera ist noch im Ankommen-Modus und hat... Ich habe einfach noch keine Lust gehabt, tatsächlich mich wieder mit Slack zu beschäftigen. Ich wusste mal, wie das alles funktioniert, aber seit zwei Jahren... Also ein Hinweis, warum es vielleicht nicht funktioniert, ist, es ist nicht Slack. Du müsstest dich mit Trello auseinandersetzen. Trello meine ich doch, Slack. Trello ist doch alles das Gleiche. Ich meine, keine Details. Trello, Trello meine ich natürlich. Oh Gott, ja. Warum funktionieren die Begriffe hier nicht? Genau. Okay. Es ist auch für mich die sechste Stunde oder wie man das irgendwie sagt. Ja, komm, noch irgendwelche Messer in mein Herz. Ich möchte übrigens on the record hier sagen, das sagt niemand. Natürlich sagt das niemand, das weiß ich, aber deswegen sage ich es ja, weil es niemand ist. Ja, genau. Sobald es ja so ein Spruch ist. Die sagen übrigens Lehrer im Lehrerzimmer zueinander, ja, aber auch nur, damit dann alle stöhnen. Vor allen Dingen stimmt das ja nicht. Meistens hast du ja Nachmittagsunterricht, ja, also ist die richtige Antwort. Es ist für uns alle die achte Stunde, ja, und das kann man verkürzen zu und alle so. Oh Gott. Okay, aber jetzt spannen wir uns nicht noch länger auf die Folge. Welches ist denn das Thema, was du in Slack eintragen wolltest? Ich wollte über die Podcast Challenge Hashtag erzählen, die Jürgen vom Ach so ein bisschen das Leben gerufen hat, ja, wo viele Leute mitmachen. Also ich habe da mal nachgeguckt, also es wird sehr gut angenommen und er freut sich, also ich habe ihn natürlich auch angeschrieben, um mal zu fragen, wie er auf die Idee kam. Er freut sich, dass die Schnapsidee, wie er es so schön gesagt hat, so gut angenommen wird. Das ist dieses Ding mit, was ist dein erster Podcast gewesen? Dieses Bild, ne? Genau, genau. Ich habe das erste Ding gelesen und habe mir gesagt, ich kann ja nicht mitmachen. Aber es ist doch dann, was möchte ich, 31 Fragen und du musst dann jeden Tag, wenn du an dieser Challenge nimmst eine dieser Fragen beantworten, oder? So habe ich das, glaube ich. Genau, also Tag 1 war der erste Podcast, den du gehört hast, Tag 2, der Moment, an dem dir klar wurde, dass Podcasts nicht so schnell wieder weggehen. Also ein paar Sachen, da fällt mir nichts Spezielles immer ein. Da bin ich zumindest dabei, das immer sehr allgemein zu beantworten, aber es gibt schon sehr viele Geschichten und Anekdoten. Ja, ich glaube, das ist jetzt, ich finde das gut, haben sie mal was zu tun, die ganzen Podcasts von Menschen. Ja, gestern habe ich, glaube ich, gesehen, der Moment, also irgendwas, was sich besonders zum Lachen gebracht hat oder so, ne? Eine witzige Anekdote, die du in einem Podcast gehört hast, genau. Genau, und er schrieb, wer war das? Der Blau Ginko? Das ist eines, ich glaube, das war aus dem What's in your Pants Podcast, ach genau, wo Tobi mit dem Nasenhaar Schneider zugange war und Blau Ginko musste, fuhr im Auto und musste zu rechts ran fahren, um einen Unfall zu vermeiden. Das Lachen einfach so übermächtig war. Das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, und das hatte ich halt auch inzwischen so oft, dass mir halt wirklich kein spezieller Fall einfiel, dass ich halt auch geschrieben habe, dass es so viele gibt, auch, dass ich dann ganz oft schreibe, hier, hör dir das bloß nicht in der Bahn an. So, jetzt geht das mit dem Mundschutz in der Bahn, ist super. Kann man auch mal mit offenem Mund lachen und niemand sieht's. Naja, genau, nee, ich finde das ganz gut. Ich habe, gucke mir tatsächlich die Fragen nicht, also schon vorher an. Ich gucke das wirklich mal erst an einem Tag selbst an, was ich so hinschreiben muss. Ist das denn getaktet? Also beantworten alle Teilnehmenden am selben Tag dieselbe Frage oder macht das jeder individuell? Es ist der Mai quasi dazu ausgerufen worden. Aber steht halt nur drunter, 31 Tage, 31 Empfehlungen, may the podcast be with you. Also ich denke mal, ja. Okay. Ich habe das durchgelesen und festgestellt, dass ich, mir geht das so ähnlich wie wäre. Ich habe, also, mir fallen nicht nur allgemeine Sachen ein. Ich musste echt ewig nachdenken, was der erste Podcast ist, den ich gehört habe. Das muss irgendwas amerikanisches, eigenartiges gewesen sein. Ich habe ja noch drunter geschrieben. Also ich habe ja, ich hatte ja schon mal erzählt, Podcasts als Videoformat am Anfang erst kennengelernt. Und deswegen habe ich halt, ja, mir Videos runtergeladen. Also was man jetzt bei YouTube, was ich jetzt bei YouTube mache oder Netflix oder irgendwie sowas, habe ich halt damals als Podcast. Da habe ich mir irgendwie die Lindenstraße, die Sendung mit der Maus und irgendwelche WDR-Reportagen immer runtergeladen auf meinen iPhone, nee, iPod damals noch. Genau. Ein Shuffle oder den mit dem Scrollwheel, mit dem Wheel, mit dem Wheelie? Nee, das hatte ich auch. Also den iPod 3 hatte ich auch mit dem, aber das war damals der iPod Touch tatsächlich. Ah, Touch. Okay. genau. Also der schon so die Funktionen eines iPhones auch hatte, aber keine Telefonfunktion. Ja, den wollte ich mir eigentlich auch mal kaufen, aber ich habe es dann irgendwann nicht getan. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht, weil das wäre ja dann, das wäre auch wieder so ein Stück Technik gewesen, was irgendwie ein halbes Jahr benutzt hättest und dann letztendlich in der Ecke rumgelegen. Ich auch nicht. Ich habe es ganz, ganz lange, habe ich iPods benutzt, weil ich lange, lange, lange mich geweigert habe, Musik auf mein Handy zu packen und zu streamen, weil wegen Speicherplatz und Streamen, ja, weiß ich nicht, wollte ich die Musik dann doch schon auch besitzen und nicht nur mir leihweise irgendwie anhören oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ganz, ganz lange noch iPods gehabt. Sind auch noch die, die zwei, die noch funktionieren, die in meiner Wohnung verteilt, an Lautsprechern angeschlossen und dann habe ich in jedem Raum, habe ich alte Musik noch. Ich lade nichts Neues drauf. Das ist, ich finde es immer gut. Tage alter Musik. Herne. Super. Oder auch alte Hörbücher habe ich da auch drauf. Ist auch super. Ich muss, beim Shuffle muss ich immer daran denken, irgendjemand hatte mal sich beschwert, dass das Ding kaputt sei. Er wollte da ein Hörbuch drauf hören und die Geschichte gab überhaupt keinen Sinn, die er da hörte, weil dieses Shuffle spielte die Kapitel in einer beliebigen Reihenfolge ab. Ist aber nicht dahinter gekommen. Das fand ich so gut. Das fand ich so schön, diese Idee. Und dann gab es noch eine Stelle, also wenn du mich jetzt fragst, was hat dich am meisten zum Lachen gebracht? Es gab irgendwann bei NSFW, gab es mal eine Geschichte, wo Holder Klein, als er noch sehr beleibt war, ich glaube, er sollte in ein Segelflugzeug einsteigen oder so. Er wollte mal ein Segel fliegen und dann hat er sich über dieses, also in das Cockpit begeben wollen und er passte einfach nicht hinein. Er war zu breit für das Cockpit. Und das hat er so lebendig beschrieben und ich kenne diese Situation auch aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man zum Beispiel im Sommer irgendwo auf so einem Plastikstuhl sitzt, steht auf, dann hängst dir der Stuhl am Hintern. Das ist nicht so ungewöhnlich. Und es war einfach so wunderbar beschrieben. Ich habe Tränen gelacht. Also wenn ich da am Steuer gesessen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch rechts rangefahren, um niemanden zu gefährden. Ich habe diese Stelle aber nie wieder gefunden. Also sollte irgendjemand vielleicht zufällig wissen, wo diese Stelle in NSFW, was weiß ich, von vor sieben oder acht Jahren oder noch älter irgendwo ist, die würde ich mir gerne nochmal anhören. Vielleicht ist sie aber auch nur in meiner Erinnerung so traumhaft lustig und in der Realität, wenn man es dann wieder hört, dass man da ja, darüber hast du dir jetzt so lachen können. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Okay. Okay, daher wäre er. Mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Also man kann bestimmt noch einsteigen. Also wenn noch irgendwer Lust hat. Wenn noch ein paar Tage vom Mai über, meinst du? Ja, na eben. Eine Challenge zum Mai. Eine Schnapsidee. Die ist ihm einfach so gekommen? Also, Moment, eine spontane Schnapsidee, die er dann einfach ausgearbeitet und angefangen hat. Genau. Und ich soll euch schön grüßen, übrigens, alle SendegärtnerInnen. Ja, vielen Dank. So, dann kommen wir einfach mal zu den Setzlingen. So, bei dem einen Setzling, den ich mitgebracht habe, bzw. den ich nicht mitgebracht habe, sondern der mir ja zugeworfen wurde, müsste mir helfen. Der ist nämlich von der Dela eingereicht worden. Schöne Grüße an Dela von dieser Stelle. Es gibt weibliche Nachwuchs, schreibt sie nämlich. Und zwar gibt es den Podcast bingemoregirls.podigy.io Die Bingemore Girls. Im Text heißt es hier über den Podcast All Things Jillmore mit Alex, Kim und Urte. Wir besprechen unsere liebsten Folgen der Gilmore Girls. Gilmore Girls. Wie toll. Moment, hier ist der. Solange sie die neuen Staffeln nicht betonen. Ja. Die Gilmore Girls ist eine Serie. Wie? Was? Eine ganz tolle Serie. Bingemore Girls. Okay. Eine ganz, ganz tolle Serie, die ich, immer wenn sie irgendwo läuft, gucke ich mir die an. Und ja. Worum geht es denn da? Also umhörtlich. Gilmore Girls sind eine junge, alleinerziehende Mutter von ziemlich reichen Ostkisten, Ivy League Eltern und ihre sehr intelligente Tochter, die gemeinsam irgendwo in so einer Kleinstadt so in Massachusetts oder Connecticut rumleben. Connecticut, ja. Connecticut, ne. Also da oben irgendwo an der, in den, in, 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 und. Stars Hollow. Genau, Stars Hollow. Und da gibt es, da gibt es Kirk, den eigenartigen Menschen, der jede, jede Folge einen anderen Job hat und den, und den Jobbesitzer und so weiter. Und es ist halt so eine, ist es eine Rom-Com? Ja, naja. Ein bisschen, ne. Ein bisschen. Das ist, das ist weniger Rom als Com. Rom, Rom von Rom. Ja, es ist einfach sehr, sehr lustig und, ähm, sehr schnelle Dialoge, dafür sind die auch, ähm, bekannt, die Gilmore Girls. Und es passiert halt immer, immer Skurriles, aber auch, äh, ja, es ist einfach sehr gut. Nicht alle voll, nicht alle Staffeln, aber, ähm, ich bin ein Fan. Ja, hinten raus, hinten raus wird es ein bisschen unerträglich. Genau, ja. Also, ich, Logan habe ich nie gemocht. Ja, genau. Oder wenn die sich dann so streiten und monatelang nicht miteinander sprechen, ach so, ja, genau. Naja, auf jeden Fall, äh, habe ich den gerade abonniert und freue mich. Ja, besser gibt es schon eine Folge, äh, das ist so die Pilotfolge. Also, wir werden eingeladen als Hörende. Kommt mit uns nach Stars Hollow, daher wusste ich das, und lernt uns und unsere Eindrücke der Pilotfolge kennen. So, ähm, ich habe da mal ganz kurz reingehört, die haben einen relativ langen Einleitungsmusik, ähm, bis da mal was an Sprache kam, dauerte es ein bisschen, aber dann waren es eine sympathische Stimmen. Also, die, die, ich habe, wie gesagt, nur ganz kurz reingehört, aber das klang schon hübsch. Also, äh, wenn ich wüsste, also jetzt bin ich natürlich informiert, es ist eine Serie, ähm, wenn das mein Ding wäre, dann würde ich da wahrscheinlich reinhören. Dankeschön, Dela, für den Hinweis. Und viel Glück an, ähm, na, wie heißen Sie? Ich stand doch gerade da, Herrgott. Wo sind Sie jetzt? Alex, Kim und Urte, da. So. Oder sind das Protagonisten aus dem Film? Nee, ne? Nein, nein. Alex, Kim und Urte, das sind die Sprechenden, da. Ja, alles klar. Also, binchmore, binchmoregirls.podigy.io. Also, du hast ihn gerade schon abonniert, also hast ihn auch im Verzeichnis gefunden wahrscheinlich. Also, ich musste auf die, ähm, also im Verzeichnis selbst, in der Podcat habe ich es nicht gefunden, ich musste dann dem Link folgen. Ah, okay. Also, folgen Sie dem Link in unseren Shownotes. Das würden wir auf jeden Fall finden. So, und dann hast du noch mitgebracht, Vera? Ach so, ja stimmt, ich habe den Dino-Witz des Tages. Was ist das? Dino wie Dinosaurier? Dino wie Dinosaurier. Oh Gott, in welchem Podcast wurde der denn, ähm, ich glaube, es war bei, äh, ein Wolf liest Märchen. Ja. Da wurde der, äh, so als, ähm, als Witz, glaube ich, ähm, erwähnt. Und dann wurde dann gesagt, so, jetzt muss ich den ja auch, äh, wirklich ins Laufen bringen. Und eine Woche später war der dann da. Deswegen finde ich das gut. Gibt es jetzt sechs Folgen. Es hat auch am 1. Mai gestartet. Ach so, so ein Ding aus Spaß wurde ernst, oder was? Genau, genau. Und dann, ähm, verschiedene, äh, Sprecher bisher nur. Also, ich glaube eine Sprecherin, oder war noch nicht, ähm, die dann Dino-Witze erzählen. Also, die Folgen sind auch, weiß ich nicht, höchstens 30 Sekunden lang. Jeden Tag. Okay. Jeden Tag ein Dino-Witz. Also, ich glaube, Intro und Outro sind länger als die Witze selbst. Was, wem der Sendegarten zu lang ist, der kann ja dann zum Dino-Witz des Tages übergehen. Genau, wie, genau. Wie beim Embo-Blo damals auch schon. Da war ja das, das Intro und das Outro auch länger als die Folgen selbst. Aber was ist denn ein typischer Dino-Witz? Was kann ich mir denn da darunter vorstellen? Also, die meisten Dino-Witze, die bisher da waren, waren Witze, die ich eigentlich mit anderen Konstellationen kenne, nur halt dann mit Dinos. Wie, aus Ostriesen-Witze? Nee, eher so. Oder irgendwie ein G2 in den Wald und dann sagt die eine, hier ist es so gruselig. Und dann sagt er, ja, was glaubst du denn, wenn ich gleich alleine wieder nach Hause gehe? Ist, ne, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist dann halt als Dino-Witz verkleidet irgendwie. Immer gut. Ich kenne halt die meisten Witze, kenne ich, aber nicht als Dino-Witz. Oh je. Super, klasse. Kommt ein Triceratops in eine Bar? Genau. Okay. So ungefähr. Okay, verstehe ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Ich kenne nur den Anfang. Ach so, okay. Ja, also einige Witze habe ich auch da gedacht. Aha. Und ja. Ich finde es sehr lustig, den Tag quasi mit einem Witz zu starten. Genau. Und dann den ganzen Tag darüber nachdenken, warum das jetzt lustig gewesen sein könnte. Beim Witz ist ja die Schneide zwischen Schmerz und Humor sehr, sehr scharf. Genau. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Aber, siehst du, Schmerz, sag ich ja. Okay. Womit bezahlen Dinosaurier? Womit bezahlen Dinosaurier? Dass es irgendein schlechter Wort wird. Ja, selbstverständlich. Mit Tyrannosaurus-Checks. Someone please kill me. Das war ein total toller Voice-Check, den du da gerade gemacht hast. Genau. Wir hören dich, klipp und klar. Ja, ich darf nichts anfassen. Ich glaube, dieses Notebook ist, glaube ich, kurz vor Tod. Das ist doch sonst Lehrers Rolle gewesen hier, nichts anfassen, dich nicht bewegen. Ja. Okay. Jetzt machst du das. Bist du denn bereit für den Kalender? Ja, ich versuche, möglichst wenig zu scrollen. Dann wollen wir hoffen, dass das irgendwie klappt. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Glückkalender. Was ist los im Podcast-Land? Heute mehr wollen als scrollen von Lars. So eine Überblende machst du dann zu mir, das ist nicht ganz fair. Hier sind die Podcast-Dermine der nächsten drei Monate. Er hat sich bewöhnt. Der nächsten drei Monate. Ach so, doch. Ist das wieder da? Nein, ich dachte, ich lasse dich eben auslachen. Also, das ist so Rücksichtnahme. Oh, mein Gott, das bin ich gar nicht gewöhnt. Das ist ja auch beleidigt. Oh Gott. wie richtest du dich den meisten Schaden an? Ja, super. Du bist freundlich zu mir, das kenne ich gar nicht. Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Bitte keine der Pausen rausschneiden. Nein, nein, hier ist es live on tape. Eieieiei. Also, was war denn jetzt schlecht an meiner Überleitung von Wollen und Rollen? Scrollen? Du lachtest noch. Ach so. Ich lasse dich eben in Ruhe auslachen. Ich habe ja mal einen eigenen Witz gelacht. Na gut, das war mir eigentlich egal, worüber du lachst, aber du lachtest halt. Okay, also ich versuche es nochmal. Jetzt zum Blükalender. Ach so, das ging aber schnell. Also, es gibt auf jeden Fall so ein Sendegate und da drin gibt es einen Termin-Wiki und da drin gibt es Termine. Und da habe ich ein bisschen was zusammengetragen. Aber 8. Mai ist wieder mal ein Funheim. Los geht's da um 18 Uhr auf dem TeamSpeak-Server der PodWG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr gewinnen dann in einem BigBlueButton-Kanal gemeinsam Weltraum-Videos angeguckt. Ebenfalls am 8. Mai gibt es den Day of the Podcast, dieses Mal in The Different Edition. Inzwischen gibt es weitere Infos in einem Blogpost auf dayofthepodcast.de. Das Programm folgt noch. Am 3. Juni soll der deutsche Podcast-Preis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder es wird eine Online-Veranstaltung. Ich habe zumindest weiterhin keine Entscheidung mit dazu gefunden. Informationen zu dieser Veranstaltung und inzwischen auch eine Liste der nominierten Projekte gibt es unter www.deutscher- podcastpreis.de Am 24. Juni gibt es das Podcasting Meetup Franken. Als Themen gibt es Reichweiten-Hacks und Podcast-Festival und stehen drei Punkte hinterher, ob das bedeuten soll kein weiterer Kommentar oder weitere Themen, keine Ahnung. Beginn soll das Ganze um 19 Uhr. Alles weitere gibt es in der Meetup-Gruppe, bei der man allerdings Mitglied werden muss. Für Juli gibt es dann auf der Liste das nächste Funheim, weitere Infos und auch der genaue Termin folgen noch. Dann ist für den 2. Juli auch noch das nächste Portroteffen theoretisch möglich. Ich zweifle das aber im Moment noch an und beobachte weiter die Situation. Überall, wo ich keine Links oder beziehungsweise URLs vorgelesen habe, zu weiteren Infos der Veranstaltung fand ich die zu kompliziert. Dafür am besten in das Termin-Wiki beim Sendegate gucken und da es ein Wiki ist, kann man dort weitere Enträge ergänzen und dann tauchen die hier beim nächsten Mal mit auf. Ganz herzlich und vielen Dank dafür. Es gibt ein Podcasting-Meetup Franken. Das ist schön, dass ich das bei euch erfahre. Die sind eigentlich hier im Terminkalender eigentlich ein Dauerbrenner. Es gibt einen Terminkalender im Sendegate. Das ist schön, dass ich das bei euch erfahre. auch das ist ein Dauerbrenner. Ja, ja. Ich gucke jetzt kurz nach oben und beschreibe euch, welche Farbe und welche Textur der Stein hat, unter dem ich existiere. Naja, es ist doch, ne, was, was du für selbstverständlich hältst, ist für andere neu und das ist genau andersherum auch. Das geht mir auch immer so, dass ich oft denke, man, da reden wir doch jetzt seit fünf Jahren drüber, das ist doch jetzt nicht mehr neu und blende komplett aus, dass Menschen, andere Menschen eine ganz andere Wahrnehmung bis dahin gehabt haben. Das ist ja völlig richtig. An mir gehen ja auch ganz viele Sachen vorbei, die ich nie gesehen und gehört habe. Blabalas, du wolltest was sagen. Ich wollte wissen, ob mein Ton jetzt wieder schlecht ist. Noch nicht. Okay, ich hatte nämlich jetzt eine Tonsteuerung eurerseits. Ja, das noch ist richtig. Es werden noch Wetten angenommen, ob du durchhältst bis zum Schluss. Also ich würde auch sagen, er hält durch bis zum Schluss. Weil der Schluss ist ja nicht mehr lange hin. Wir sind nämlich jetzt wirklich auf der Zigeran und kommen zu den Blütenschätzen. Blütenschätze sind Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, wo wir gesagt haben, wow, toll, das ist erzählenswert, berichtenswert. Das kann ein Podcast sein, natürlich, sehr naheliegend, kann aber auch was anderes sein. Ein Buch, ein Video, ein Erlebnis, vielleicht auch einfach nur der Regen, der gestern gefallen ist oder was auch immer. Und ich frage jetzt einfach mal unseren Gast, den Thomas, hast du einen Blütenschatz? Ich habe tatsächlich, also ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, man glaubt das kaum. Ich würde jetzt nicht sagen, in letzter Zeit, aber es gibt so zwei Sachen, die ich jetzt empfehlen kann. Vielleicht sogar drei, mal gucken. Also das erste ist, was ich dringend noch mal empfehlen möchte, ist Hock die her. Das ist eine Produktion von Holgi, wo er für die Tourismus von die Bayern Tourismus ist das. Die Bayern Tourismus hat sich überlegt, wie stellen wir Bayern gut dar? Tagline ist irgendwie traditionell anders. Und sie haben sich gedacht, wir setzen auf All People Holgi in ein Auto und lassen ihn quer durch Bayern fahren und mit Menschen, die alles andere sprechen, außer Hochdeutsch, über traditionelle Sachen zu reden. Das sind meistens junge Leute, die sehr traditionelle Sachen machen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier zum Beispiel ja auch so eine Gärtnerei, die halt so typisch Bambergerisch ist und das sind junge Leute. Und das Tolle daran ist, Holger ist darin super, einen Fish-out-of-Water-Moment da immer zu haben. Ja, also interviewen und so weiter kann er halt absolut. Aber man merkt es ein bisschen, wenn er dann in der Hollertau ist mit der Hollertauer Hopfenbotschafterin, die siehst du, die Hollertauer Hopfenbotschafterin, wo also schon die Sprachgrenze hart gezogen ist. Und er dann da sitzt und sich das erzählt und auf der einen Seite du merkst, wie es ihn fasziniert, weil Holger ist gut zu faszinieren, das finde ich immer schön bei ihm. Und gleichzeitig es nicht, hin und wieder merkst du, dass es auch nicht so richtig fassen kann. Das ist sehr schön. Und natürlich, als jemand, der jetzt schon seit 20 Jahren Beutebayer ist, finde ich das natürlich total toll, weil da sind sehr viele Sachen dabei, die ich so an diesem Bundesland lieben gelernt habe. Ja, und so, weil dieses, wir haben hier so was ganz Eigenartiges, nämlich, dass diese Tradition tatsächlich weitergetragen wird. Ich weiß nicht, warum die das hier machen, was funktioniert, das ist total weird. Und du fühlst dich dann halt in so einer Wirtschaft, die 300 Jahre alt ist, auch wirklich irgendwie daheim und gleichzeitig hat die halt der WLAN. Ja, so. Ja. Also, hockt die her, hilft dir auch so ein bisschen dabei, gerade euch Norddeutschen vielleicht dabei zu verstehen, was, ja, warum Leute das hier unten mögen könnten. Das ist das eine und das andere ist mir vorhin eingefallen, als wir über die ersten Podcasts geredet haben. Ich empfehle euch jetzt zwei Podiobooks. Podiobooks? Was ist das? Ach Gott, lang, lang ist es her. Da haben amerikanische Autoren sich gedacht, wir machen als Marketing für unsere Bücher, nehmen wir die als Podcast-Audiobücher auf und die gibt es kostenfrei. Die fliegen im iTunes, bei iTunes rum und das eine, was ich echt empfehlen kann, sind die Trailer Chronicles von Nathan Lowell. Ich schreibe das nebenbei in den Chat, weil das findet man ansonsten nicht. Das sind fünf Audiobücher, in denen man im Endeffekt eine Person begleitet, das ist wie ein Buch, das ist wirklich in Kapiteln vorgelesen, wie ein Audiobuch, wie ein Hörbuch, aber es ist kostenlos. Und er liest es selber vor und das ist so eine Space Opera. Ein junger Mann heuert auf einem Raumschiff an, das im Endeffekt funktioniert wie ein Segelschiff und als Transporter durch das Universum da so segelt und bewegt sich dann durch sein Leben. Und eigentlich ist das Tolle daran, es passiert nichts. Also so rein literarisch ist das total toll gemacht. Story-mäßig passiert erstaunlich wenig, aber das ist schön erzählt und es funktioniert. Du hörst da stundenlang zu, die Stimme ist klasse und so weiter. Ist auf Englisch, muss man dazu sagen, aber es ist sehr schön. Und das Zweite, was ein bisschen anders gelagert ist, aber wo man wirklich sehen kann, was die damals sich ausgedacht haben, ist von Team Morris, gibt es mehrere Bücher, ich hoffe, die sind noch online, weil da habe ich ewig nicht mehr nachgeguckt. Der hat zum Beispiel so eine Piraten-Fantasy-Geschichte gehabt und hatte unterschiedliche Mikrofone für unterschiedliche Audio-Situationen, volle Musik mit Foley und allem dran und drum. Das heißt, wenn der Pirat dann irgendwo da durchschwingt und so, dann hattest du da auch Hintergrundsachen. Das hat der alles selber produziert. Und das war in den so 2007, 8, 9, war das mal so eine Welle in den USA. Und da habe ich angefangen, Podcasts mitzuhören. Und das ist immer noch total tolles Zeug. Also diese Nathan Lowell-Sachen, das heißt so Quarter-Share, H-Share, Double-Share und so weiter, die höre ich hin und wieder immer noch gerne. Es sind auch so ein paar für mich so sehr wichtige Momente dabei. So, Deep Cuts. Prima. Dankeschön. So All-Time-Favorites sozusagen. Ja, das ist schon eher so in der Richtung Sachen, die keine Sau kennen. Alles klar. Dann haben wir hier auf der Liste einen Blüten-Schatz von einem Hörer, von einem Hörer Arnim, den wir unter Arnim Rantoron kennen. Er hätte da ein Blüten-Schätzchen für die nächste Folge, hat er uns nämlich geschrieben. Und zwar gibt es ein Sachbuch, ein neues, das heißt das asexuelle Spektrum von Carmilla D. Winter. Ich habe mal den Klappentext rausgesucht von Google Books. Asexualität, Fragezeichen, nie gehört, Ausrufezeichen. Gibt es das, Fragezeichen? Menschen auf dem asexuellen Spektrum haben es oft mit Unglauben zu tun, sofern sie überhaupt wissen, dass es ein Wort für ihre Empfindungen gibt. Worüber sprechen wir, wenn wir Asexualität sagen? Was ist das asexuelle Spektrum? Nützt es etwas, die romantische von der sexuellen Orientierung zu trennen? Und wieso glauben viele nicht, dass Menschen asexuell sein können? Die Aktivistin Camilla D. Winter beantwortet die häufigsten Fragen zum asexuellen Spektrum und bietet die neuesten verfügbaren Informationen. Das Buch heißt Das asexuelle Spektrum, eine Erkundungstour und ist von Camilla D. Winter. Ist so ein Books on Demand und man kann mal gucken, Camilla D. Winter mit C am Anfang, C-A-R-M-I-L-L-A-D-E und dann Winter wie Sommer, alles zusammengeschrieben, Punkt kommen, da gibt es mehr Informationen dazu. Das ist ein Blüttenschatz, reingereicht von Armin. Arnim, oh Gott, er wird mich lündchen. Arnim, du heißt ja nicht so wie unser Ministerpräsident, genau. Dankeschön dafür. So, da sehe ich ja einen Blüttenschatz von Lars. Was hast du mitgebracht, Lars? Ja, der ist allerdings schrecklich unpräzise, weil ich einen ganz komischen Tag hatte und nicht dazu kam, das zu recherchieren, welche Episode es war. Aber den Podcast kann ich nennen, der ist tatsächlich heute schon mal genannt worden, zufällig. Das war eine Episode von Ein Wolf liest Märchen. Und ich war die Tage am Möbel zusammenschrauben und habe dann eine große Menge an Episoden dieses Podcasts einfach hintereinander weggehört. Ich hing eine Weile hinterher. Ja, und Johannes hat dann wieder mal ein Märchen vorgelesen mit unterschiedlichen Stimmen. Und dann kam eben ein Märchen, in dem so viele Sprechrollen vorkamen, dass ihm so ein bisschen die Stimmen ausgingen. Und was er als Reaktion in dem Moment sagte, wie viele Rollen hat dieses Scheiß-Märchen? Und das war genau das, was ich an dem Abend gebraucht habe. Das war für mich ein sehr herzlicher Lacher. Das fühlte sich an, als kam es irgendwie von Herzen. Und das war für mich ein sehr schöner Moment. Ich habe heute Morgen versucht herauszufinden, welche Episode es war. Das ist mir nicht wieder eingefallen. Aber das war sehr schön und sowieso waren viele Episoden sehr schön und haben mich beim Möbelbauen wirklich sehr gut unterhalten. Deswegen ist jetzt einfach dieser Podcast nochmal mein Blütenschatz. Ich glaube, er war es schon mal, aber dann ist das halt nochmal wieder. Ja, das schadet ja nichts. Ich habe es nicht gehört, aber ich kann mir das vorstellen, wie aus tiefster Überzeugung, wie er dann quasi sich neben sich stellt, er Johannes und dann sowas rauslässt. Wie viel ist das? Eine Klasse. Sehr schön. Sehr schön. Toll. Vera, hast du auch einen blöden Scherz mitgemacht? Also ich habe mir gestern Nacht noch hier den Raketentester von der SN15, angeguckt und sie stand und deswegen ist das mein Blütenschatz, dass es endlich mal, also nicht, es war ja immer ein positiver Test und so, aber dass diese Rakete endlich gelandet ist und stehen blieb und nur ein bisschen Feuer gefangen hat und nicht explodiert ist. Fand ich gut, hab mich gefreut gestern Nacht noch. Ich konnte nicht schlafen, da hab ich mir das angeguckt. Live gesehen? Ich hab's live gesehen, ja. Genau. Also so live, wie man was sehen konnte. Ich meine, die Wolken hing da so niedrig, das war ein bisschen enttäuschend. Genau, die Filmstörungen dazwischendurch, also den Start, den hab ich plötzlich, gab's eine große, einen Feuerball, dachte ich erst, ach nee, die ist gestartet. Ach so. Ja, weil das so ein bisschen hing. Aber das hat mich gefreut, gestern Nacht noch so vorm Schlafen gehen. Ich bin noch extra lange wach geblieben, um zu gucken, ob das Feuer auch wirklich gelöscht ist. Ja, genau. Und nicht, dass es dann doch noch explodiert. SpaceX hatte schon wieder zugemacht, seinen Kanal, so wie bei der SN10. Da hatten sie ja auch. Ja, ist gelandet. Steht zwar ein bisschen schief, aber ist gelandet. Successful. Kanal aus. Zwei Minuten später explodiert das Ding in tausend Teile. Das haben sie noch nicht mehr. getragen. Ich hatte den anderen Stream an damals, als sie explodiert ist. Ich habe das noch gesehen. Man ist gut beraten, wenn man mehrere Kanäle gleichzeitig aufbaut hat. NASA Spaceflight, die haben gestern um 15 Uhr angefangen und waren dann irgendwann nachts um eins. Die haben in einer Tour zwölf Stunden, nee, zehn Stunden. Ja, die sind eh krass. Das ist, und ich, hast du auch NASA Spaceflight geschaut? Ich habe auch, ja, ja. Ich habe den, den offiziellen SpaceX, habe ich überhaupt nicht gefunden. Also ich habe irgendwie nachts, ich weiß nicht, ob ich einfach zu müde war und mich ständig vertippt habe, aber den habe ich irgendwie nicht, nicht gefunden. Ich finde diese Art, wie die da miteinander interagieren, das ist so großartig. Das ist, das wärmt mein Herz manchmal so. dann haben sie ja auch so Sprecher, die sich immer in den Vordergrund drängen, so wie ich. Und manchmal braucht er aber dann Hilfe und dann ruft er den Michael und dann kommt Michael in so einer sonoren Stimme und knürt dann da irgendwie so ein paar technische Details rein und das ist einfach so großartig. Ich liebe diesen Kanal. Ich habe mich auch gefreut, als sie gestern dann, als es dann, das Feuer war gelöscht und dann, so und jetzt können wir auch unser T-Shirt, was wir extra für diesen Fall haben. Jetzt können wir den geheimen Shop öffnen. Bitteschön. Fand ich sehr schön. Ja, naja, auf jeden Fall, das war jetzt dann mein Blütenschatz. Gestern Nacht hatte ich noch keinen, aber jetzt. Ja, das ist schön. Ich habe immer Space Team, fällt mir auf. Ja, sehr, sehr verdient. Sehr verdienter Blütenschatz. Ne? Ja, ich, das Ding ist 50 Meter hoch, es hat 9 Meter Durchmesser. Es macht da eben in der Luft allerlei Kapriolen und dann kommt es runter die haben jetzt ja zwei von diesen Düsen, also drei Düsen sind eingebaut, zwei haben sie dann gezündet, um runter zu kommen und um diesen, diesen, ja, diese, diese waage, diese senkrechte Position einzunehmen. Habt ihr mal drauf geachtet, wie diese, wie diese Triebwerke sich verdreht haben, verdrillt haben, in alle möglichen Richtungen gezeigt haben, damit das überhaupt, das, wie steuert man sowas? Das ist mir ein komplettes Rätsel. Ich bin also wirklich, ich finde es, boah, ich finde es immer sehr beeindruckend, wie schnell sich das Ding wieder aufrichtet, also es ist, aus der Horizontalen, dieses, dieser Trumm, also, ja, sehr, sehr cool. Es ist wirklich total faszinierend. Das ist schön, dass ihr das alle faszinierend findet. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, es ist eine Rakete. Ja, ja, da habe ich heute Morgen, ich habe mir das heute Morgen auch nochmal angeguckt und gesagt, also, so richtig, so richtig nachvollziehen kann ich die Begeisterung, meine eigene auch nicht, aber die ist halt da. Ich sitze da vor wie klein Martin und freut sich, dass die Rakete fliegt. Auch jedes Mal, wenn dann die anderen Raketen statt sind und die, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von der, wie da einfach landet, also man wird dem nicht überdrüssig tatsächlich. Also ich gucke mir jeden Start wieder an und denke mir, ach, wie toll ist das. Bitte. Fälten neun, ne? Fälten. Die erste Stufe. Ja, genau. Immerhin besser als das chinesische Modell, was gerade um die Erde eiert und irgendwann irgendwo runterfällt, wo man noch nicht so ganz genau weiß, auf wessen Köpfe es fällt. Also dann lieber doch kontrollierte Landung, ehrlich gesagt. Nein, das wird man bei den anderen, die noch folgen davon, aber auch eben nicht wissen. Das ist ja das Blöde an dieser Rakete. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Ja, ich, dann schließe ich mich mal gleich an mit meinem Blütenstaf, bevor ich den Sebastian frage, aber ich schließe mich mal gleich an. Ich, wie vorhin schon, weiß nicht, war das noch im Vorgeplänkel erwähnt, bin ich, gucke ich relativ viel YouTube im Moment, weil ich eben da diese, von denen ich mich von der Werbung befreit habe und genieße das gerade sehr. Und gerade in dieser, in dieser SpaceX Community, also diese, diese Jungs und Mädchens, die sich da begeistern und eigene Kameras aufstellen, da in Boca Chica und was weiß ich, was für einen Aufwand treiben, da ist NASA Space Flight, da ist der Everyday Astronaut, da ist der Es Padre und ich weiß nicht, was noch alles, da entsteht, da ist irgendwie, da ist was total in Bewegung und die versuchen da alle, wie so Glücksritter auch, ihr Geld zu machen. Whatabout it ist ein Deutscher, der das, der jetzt extra nach Texas umgezogen ist, um noch näher dran zu sein und es gibt einen kleinen Kanal, einen kleinen deutschen Kanal, der versucht das hier auch. Der ist noch ganz winzig, Senkrechtstarter heißt er auf YouTube, das ist der Moritz und er ist noch sehr am Eiern mit der Technik, oft drückt er den falschen Knopf und so weiter, also es ist hoch sympathisch, aber er macht das auch mit total viel Herzblut und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob ihr den Urs kennt von der Gulaschprogrammiernacht oder von dem Chaos Communication Kongress, wo er Vorträge gehalten hat über wie fliegt eine Rakete und wie steuert man eine Rakete, der kommt da gelegentlich auch als Co-Host dazu und wenn die ins Gespräch kommen, dann kommt noch der Dritte, das ist der Elias, wenn die ins Gespräch kommen, das ist richtig, richtig inhaltlich großartig. Das ist technisch noch nicht so töffte, Urs sitzt zur Zeit in Finnland in so einer Hütte irgendwo am See, zur nächsten Stadt sind es 40 Kilometer, aber er hat volles 4G, wo auch immer das herkommt. Also dieser Kanal, der hat es verdient, dass man da vielleicht mal ein Auge drauf wirst und der Moritz, wie gesagt, er ist noch, der muss sich noch ein bisschen entwickeln, aber das, was sie da versuchen aufzubauen, er versucht auch so Community-Treiber zu sein, also das beeindruckt mich gerade sehr und da muss ich sagen, das ist mal für diese Woche mein Blütenschatz. So, und jetzt zum Schluss der Sebastian. Hast du auch einen? Nee, ich muss heute glaube ich mutig sein. Jo. Das ist gut, wenn jetzt einer mit Mut. Okay, dann kommen wir zum Ende. Dieser Sendegarten macht jetzt seine Türchen zu. Wir haben heute unter dem Baum gesessen mit einem Lehrer. Das ist glaube ich in Afrika, in Afrika ist das das Schulmodell Nummer 1, unter einem Baum sitzen und lernen. das ist so ein altes afrikanisches Motiv, habe ich mir erzählen lassen. Was weiß ich, was in Afrika gerade angesagt ist, aber Schule ohne Baum geht da angeblich nicht, habe ich mal erzählt bekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass man dafür den Schatten braucht, sonst ist es einfach unerträglich heiß. Das ist schwierig. Okay, also wir hatten einen Lehrer im Garten und wir waren sozusagen an der Baumschule. Oh Mann. Den habe ich heute Mittag schon gebracht, aber man kann ja auch Witze zu Tode reiten und ich habe das gerade mal versucht. So, der letzte Baumwitz. Ich danke dir auf jeden Fall, Thomas, dass du gewunken hast und gesagt hast, ich möchte mal vorbeikommen und ich hoffe, du hast dich einigermaßen wohlfühlen können und bist zufrieden mit dem, wie wir dich hier im Garten behandelt haben. Dankeschön, dass du da bist. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was ich ganz spannend finde, dieses Lehrer-Ding. Ich denke immer nur, das ist doch nur mein Job. Ah, ja, ja, aber das ist natürlich, sagt dir irgendjemand auch mal, wenn man, wenn sich zwei Leute treffen, die sich nicht kennen, eine der ersten Fragen ist, und was machst du so? Und das meint man natürlich beruflich. Das ist, ja, das ist auch eine sehr deutsche Sache. Ja. Weiß nicht. Weißt du, wie das als Lehrkraft ist? Du sagst dann, ich bin Lehrer, ja, und das nächste, du wirst immer noch den Fächern gefragt und egal, welche Kombination du sagst, bei einem von beiden stöhnt irgendwie jeder immer, ja, und die Standardantwort ist dann, ja, also so, ah nee, Englisch habe ich ja nie gekonnt, ja, Sozi habe ich ja nie gekonnt und meine Standardantwort ist mir, du hast ja nie mich gehabt, ja, weil, was willst du denn da noch drauf sagen, ja, also, ja, das sind null Informationen eigentlich, Smalltalk ist das. Und ähnlich übrigens wie mit Ärzten und Ärztinnen und so, ja, und andere in solchen Berufen, stehst du dann, musst du dann sofort bereitstehen, ja, um jegliche bildungspolitischen Probleme zu lösen. Ja, also meine Tochter, mein Sohn, können Sie da, also, ne, also, der hat ja letztens seine Vier in Mathe gekriegt. Nein, ich habe frei, lass mich weiter schwimmen. Ja, ja. Es gab einen Musiker, Paul Kuhn, der hat immer gerne, also, mit Klavierspielen, ist der herumgetingelt und der hat gesagt, immer wenn ich auf einer Party bin, muss ich Klavier spielen. Ich will nicht, das ist mein Beruf. Aber die Leute sagen, ach, Paul, bist du da, kannst du nicht mal ein Stück Liedchen spielen und so weiter. Der fand das total bescheuert, dass er immer den Partypianisten machen musste. Er wollte auch einfach nur Paul sein. Und du möchtest auch einfach nur Thomas sein und nicht der Lehrer. Das verstehe ich total. Ich wollte gerade sagen, falls ich irgendwann mal wiederkomme, reden wir über alles außer Schule. Genau, dann reden wir über Corona. Hahaha, wie es damals war. Nein, aber ich habe ja noch jede Menge komische Nerd-Hobbys. Okay, ja, dann kommst du irgendwann wieder und wir reden über komische Nerd-Hobbys. Das ist schön. Da passt dann auch, passen auch dann, also wenn es um technische Fragen geht, dann zum Beispiel die mit Technik-Nurse hier, Sebastian Lars dazu. Zu denen möchte ich nämlich auch Danke sagen. Dankeschön, Sebastian, dass du da warst heute. Sehr gerne. Und der Dank geht auch an den Lars. Oder gerade wegen der Schwierigkeiten, die du da immer wieder zu bekämpfen hast. Danke, dass du den Kampf nicht aufgegeben hast. Ja, so schnell nicht, ne? War wieder schön. Sag noch mal was, länger, zähl mal, bis zehn. Eins, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, doch nicht. Es klang gerade in meinen Öhrchen so ein bisschen, als wenn es wieder anfangen würde zu kratzen. Ich hätte beinahe meine Wette bekommen. Vielleicht werde ich auch einfach müde. Ja, kann sein. so, dann machen wir auch Schluss, indem ich mich noch ganz herzlich bedanke bei dem, ähm, bei dem Wäre-Wunder seit der SEG 120. Ah, da sind komische Sachen passiert. Das liegt ja, das kann ja nur an dir liegen. Ja, natürlich. Ja. Danke, dass du deine, deine Superkräfte in diesen Garten, Sendegarten gegeben hast, beim letzten Mal und bei diesem Mal und überhaupt, dass du, ähm, da warst und dabei bist. Toll. Dankeschön. Gerne. Na dann. Jo, und der Dank geht natürlich auch an die Hörenden, also sowohl die Konservenhörer, äh, Hörenden, Hörerinnen und Hörer, die das eben, die Podcast so genießen, wie Podcast gedacht worden ist, gedacht ist, nämlich als Begleitmedium, zum Beispiel auf einem iPod, ähm, oder einem iPod Shuffle, ne, iPod Shuffle heißt das nicht, ne, iShuffle, ach, was weiß ich, wie die Dinge heißen, oder eben auf dem Telefon oder vielleicht sogar auf dem Desktop, ist, gilt ja als ungewöhnlich, aber kann man ja auch mal machen. Ja, danke an euch und danke vor allen Dingen auch an diejenigen, die uns hier live begleitet haben, die gerade hier heute Abend zugehört haben, vielleicht über den Webplayer, vielleicht über die, äh, diese App, wie heißt sie jetzt wieder? Live, ähm, Dingens App. Pod Live. Pod Live, so, die gibt es inzwischen nämlich auch für Android und die funktioniert auch. Ich habe schon mal reingespinkst. Danke, Pod Live, äh, lange gab es sie nur für Apple-Geräte, aber jetzt auch für Android-Geräte. Vielleicht ist das ja auch für die eine oder andere interessant. Ähm, also danke dafür, dass ihr hier mir zugehört habt, dass ihr uns den einen oder anderen Tipp auf den, in den Chat geschrieben habt. ja, und einfach danke für, ja, den, den gemeinsamen Weg, den wir hier gehen. Und der endet für heute hier, aber in 14 Tagen geht es weiter und bis dahin wünschen wir alles Gute und kommt gut in die Nacht. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020